Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. Nachdem es heute schon Surviving Mars auf die Augen und die Ohren gab, gibt es heute nochmal meine verrotzte Stimme direkt hinterher zu Hardcore Colonization. Ich muss mal gucken, wie es heute läuft. Es kann sein, dass wir die vier Stunden heute nicht voll machen, sondern ich mich eventuell einfach, weil ich morgen auch wieder gerne arbeiten gehen möchte, dafür entscheide, nach zwei, drei Stunden eventuell den Sack zuzumachen. Ich nehme an, da hat jeder Verständnis für. Aber bis dahin heißt es jetzt erstmal ganz herzlich willkommen an Neo Körmann, an Micky, an den... Ach Gott, oh Gott, nicht sterben. An den Kales, an den Etienne, an Newestaddy, an Jojongs, an Mimir, an Diviku, an Iron Thomas, an Dark Victory, Cross Alexa, den Topson, Honi Süß, Dorf Dirk, den Arnold, den Kali Me, den Ragimar, den Explodot, den Almesh, den Gandor, den Lord Grimmisch, den Zermedis, den Charabel Pablone und den Jon Seno und alle, die ich eventuell auf der Liste jetzt noch nicht mehr drauf hatte. Oder auch jetzt erst um die Ecke gekommen, nicht der Tanker, Jeb und der Wolf Roller. Ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen Männergrippe-Stream. Genau, wir werden heute unsere Missionen ein wenig fortsetzen und hoffentlich alles soweit erledigt bekommen. Wir haben noch Besatzung auf der Raumstation auszutauschen, wir haben noch jemanden aus dem Orbe zu retten. Und dann blüht uns relativ bald das Carbon Eve Startfenster, wo wir nochmal eine angepasste Version des DUNA Probe Programms starten sollten. Das wäre zumindest so mein Plan. Und vorher noch ein paar andere Sachen abschließen, damit wir das fertig bekommen. Und damit jetzt erstmal vielen lieben Dank an Charabel Pablone für den Resub im 24. Monat. Die zwei Jahre sind voll, du weißt, was du tun darfst. Schick mir gerne im Discord deine Adresse zu für den coolen Zwei-Jahres-Mission-Batch. Warte, warte. Zwei-Jahres-Mission-Batch. So, vielen lieben Dank dafür und Katka, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Körbe-Laufen. So, nasal, ja, nasal. Nasal, ein bisschen, ein bisschen leider. Ich hätte das auch gern anders, aber manchmal lässt es sich halt einfach nicht vermeiden. Aber etwas gesunde Mio-Mio-Mate wird da sicherlich helfen, in diesem Sinne. Prost. Und Professor Tarantoga, vielen lieben Dank auch an dich für dein Follow und ganz herzlich willkommen bei den Körbe-Laufen. So, ich würde sagen, wir machen erst mal die Crew-Rotation plus Rettungs-Mission fertig. Die müsste irgendwo im Orbit rum oxidieren. Dann würde ich, glaube ich, gerne kurz nach Ike gehen, um ein Datenfragment rauszufunken. Gut, Kraft MK2, das war ja so diese Übergangslösung. Naja, und dann hätte ich gesagt, engineieren wir ein bisschen an den Probes rum. Wir haben ja ein paar Sachen gelernt, die würde ich gerne noch verbessern, die nicht gelernt habe. Ich mache auch ein ganz kurzes Mikro zu, weil jetzt wird es echt unangenehm. Anunke, vielen lieben Dank fürs Überspielen dieser kurzen Dahin-Sieh-Eskapade, die ja keiner sehen möchte. So, wir sind in the Orbit, actually. So, wir sind im Moment hinter der Raumstation. Das können wir jetzt mal ändern, indem wir sagen, wir koppeln uns hier mal ab. Genau, und starten das nächste Triebwerk. Dafür, please prograde. So, lasst uns das hier sauber hinter uns bringen. Dann können wir nämlich die andere Stage eventuell noch ganz gut landen. So, auf geht's. Totally not oversized. Wie hatte ich mir Strom eigentlich an der Kiste vorgestellt? Außer jetzt gar nicht. Ich glaube, ich hätte einfach gesagt, ich habe so viel Strom da drin, dass es mir egal sein kann, richtig? Na gut, wenn das mein Plan war. Wenn das mein Plan war, war es kein guter, aber das ist okay. So, hier drüben haben wir die Kiste schon überholt. Jetzt müssen wir ein bisschen hoch. Was ist denn jetzt passiert? Achso, das war nicht die Shift-Taste. Das war die Browser-Öffnen-Makro. So, 30 Kilometer. 20 Kilometer. 10. 8, 7. Jetzt halt. Halt, stopp, halt. So. Dann sind wir hier eigentlich ganz gut dabei. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir eventuell umswitchen. Sind wir noch nah genug dran? Ja. Zack. Zack. Zu der anderen Stage. Die müsste nämlich ein bisschen eher hier vorne sein. So, das KSC ist nicht hier, aber wir könnten mal auf diesem anderen Spaceport landen. Einfach, weil wir es können. Dann haben wir das Ding schon mal erledigt. So, wir probieren jetzt mal den, die Desert Launch Site anzufliegen. Mit unserem Deorbit-Manöver der zweiten Stage. Heute probieren wir es. Heute probieren wir es. So muss das eigentlich ganz gut hinhauen. So. Wir probieren mal den. Achso, der wird ja erst angezeigt, wenn ich lande. Alles gut. Der ist also schon angeschaltet. Ein bisschen tiefer noch, ne? Ein bisschen tiefer noch. So. Dann können wir hier das Manöver mal probieren. Und mal sehen, wie gut das funktioniert. Wird wahrscheinlich größtenteils Retrograd sein. Deshalb können wir den zur Hilfe nehmen. So. Die Brakes können auch schon mal raus. So. Den Booster landen müsste eigentlich relativ stressfrei gehen. Ich bin zumindest recht zuversichtlich, was das angeht. Uh. Ich habe heute mal wieder Bock, mir die KSP-Musik anzumachen. Ich glaube, ich mache mir gleich mal die KSP-Musik an. Ich habe sie viel zu lange nicht gehört. Es ist so still im Weltall. Heute machen wir, glaube ich, mal wieder das KSP-Musik-Overlay an. Zack. Aus. So. Settings. Music. Geschmeidige 10% sollten reichen. So. Du kannst bitte wieder zugehen. So. Auf geht's, ab geht's. Mehrere Tage wach. Hoffentlich nicht. So war es schon die Atmosphäre. Das war schon sowas von die Atmosphäre. Retrograd, please. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir werden, glaube ich, deutlich mehr bremsen, als er sich das vorstellt. Ja. Und wir werden jetzt mal die Airbricks reinnehmen, solange das noch geht. Um mehr wie ein Geschoss runterzugehen. Genau. Am 31.10. werden die Körbel-Dollar abgestellt. Dann ist Feierabend, Freunde. Nukular. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Nukular. Ah, wir werden zu kurz reinkommen. Ja, die Bremseffekte sind doch relativ stark. So. Jetzt auch die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit sagt, noch ist alles gut. Aber wir anders schuten auf jeden Fall. Müssen wir halt nur aufpassen, dass unsere Geschwindigkeit nicht zu hoch wird. Jetzt mal die Airbricks raus. Damit die Kiste stabil bleibt. Und vor allen Dingen jetzt auch schön Geschwindigkeit wegbliedet. Solange wir noch im Anflug sind. Äh, ich habe gar nichts davon ignoriert. Mr. No Name. Die sind alle auf der Redeem-Liste. Ich kann nur momentan keine Körbels ins Spiel bringen. Es ist... It's that simple. It's that simple. Alles, was redeemed worden ist, wird auch noch, äh, ins Spiel kommen. Aber halt erst mal muss ich, äh, wieder Platz haben im Nachrichten-Nachrichten-Center. Im Astronauten-Center. Im Nachrichten-Center. Genau. Ich fuhre. Okay. Na gut. Könnte eine schlimmere Landezone sein. Auf jeden Fall ist es eine Landezone. Dann lasst uns mal gucken, dass wir das Ding hier sauber absetzen. Oh, er hat die Action-Gruppe wieder zerlegt beim Abtrennen. Ganz hervorragend. Okay, here we go again. Sieht alles ganz gut aus. Kommt schön langsam rein. Abstand zum Boden sind noch 10 Kilometer. 18 Sekunden bis zum Suicide. Da kann man noch mal einen Schluck trinken, ne? So. Das nächste nochmal pudern. Und dann machen wir eine schöne, also hoffe ich, hoffe ich doch sehr, eine schöne Landung. Der andere Booster hat nicht ganz so smooth geklappt, muss ich sagen. Da müssen wir echt noch dran arbeiten. Aber man lernt ja dazu, ne? So, ich gehe mal zwei Sekunden ins Minus. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Weil er zieht noch ganz gut was raus. Viel zu schnell. Jetzt geht's los. Dann geht's los. Dann geht's. Naja, keine Lehrbuchlandung, aber gut genug würde ich sagen. Ich würde sagen, das reicht für unsere Zwecke. Muss einpacken, fertig geht's. So, die Upper Stage haben wir zumindest schon mal schön sauber wieder angelandet. Ich werde auch nicht ganz da, wo ich wollte. Ich muss glaube ich einfach ein bisschen aggressivere Sinkwinkel noch gehen, um besser die Position zu treffen. So, das gibt auch noch mal ein bisschen Kohle zurück. Hä, da habe ich gerade so gar nicht drauf geklickt. Gut, kümmern wir uns jetzt um das Andocken an der Raumstation, damit wir da auch ein bisschen vorwärts kommen. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, ich werde jetzt nebenbei noch eine Halsschmerztablette lutschen. Ich hatte das heute Nachmittag im Stream schonmal gemacht. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr zu hören, aber ohne überlebe ich das gerade nicht. Also bitte verzeiht, dass es gerade so ist. So, Dadaxa, vielen Dank für den Resub. 22 Monate, auch schon. Da geht jemand hart auf seinen Mission Patch zu, ne? Zwei Monate noch. Thumbs up. Er wartet hier schon auf dich. So. Jetzt aber. Jetzt fliegen wir zur Raumstation, tauschen die beiden gegeneinander aus, denn geht's ab nach Hause. Ich hoffe, die sabotieren mich nicht. Auf dem Heimweg. Oh, wir sind ganz gut nahe dran mittlerweile schon, ne? Haben wir den schon überschritten? Ja, ich glaube, wir haben den schon überschritten. Verdammter Angst. Ah, ärgerlich. Ich habe, ich habe meinen Target Point schon überschritten. Zu lange gebraucht für die Landung. Okay, dann lass uns bremsen. Nein, Orbital Retrograde, du Vogel. Ist natürlich viel effizienter so rum. So, was sagt der Strom noch? Der Strom sagt, noch ist alles gut. Okay, ich besorge uns jetzt ein neues Rendezvous. Hoffe ich zumindest. Äh, das ist ekelhaft. Viel. Ah, das ist doch scheiße, ist das doch. Ehrlich. Das ärgert mich gerade. Das ist einfach zeitlich daneben gegangen. Okay. Ich muss noch einen kompletten Orbit fliegen. Damit ich einen Krieg. Und das Manöver war. Fuel-technisch auch nicht gerade. Brillant! Man merkt nicht ganz auf der Höhe der gute Mann heute. Bisschen Blätter. Dann machen wir hier drüben das Rendezvous. As good as it gets. Jetzt. Bisschen Blätter. Ja. Gucken wir mal, wie nah wir sie zueinander bringen. Gucken wir jetzt nicht. Okay, 186 Relative Speed. Nicht gut, aber ist halt so. Mal gucken, dass wir das so gut wie möglich einander bringen. Das wird natürlich jetzt fuel-mäßig noch relativ knapp dann den anderen Typen einzupacken. Aber wir gucken mal. Moin Atomboy! Hallihallo! So, wo ist die andere Kapsel? Da ist die im Carepond. Das machen wir lieber wieder nicht. So. Target. Retro. So. Gleich machen wir das mal an. So. Und dann fliegen wir mal hin. Ich darf jetzt nicht zu viel rausheizen, aber ein bisschen was geht immer. Okay, Strom sollte relativ weit aufgeladen sein, ja. Dann haben wir noch 200 Delta V, das ist natürlich nicht brillant viel, um es mal so zu formulieren. Also 200 Delta V, wenn ich die Bremsung gleich gemacht habe. Hm. Schauen wir mal, was wir da draus machen. Bringen wir uns erstmal ran. Das mache ich jetzt mit dem Monoprop. Zumindest hat er relativ coole Monoprop-Triebwerke, das muss man ihm lassen. Patrol muss man ihm noch ein bisschen austreiben, aber ansonsten... So, ein bisschen Zeitraffer rein. Okay, wir driften in die Richtung. Ach du Scheiße. Irgendwer hat gerade gemeutert auf der Raumstation. Was ist nicht mehr rechtzeitig geschafft? Sie haben gemeutert, ne? Das könnte jetzt richtig gefährlich werden. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ei, 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 ei. Das war nicht der Plan, dass sie das schon tun. Okay. Okay. Nehmt auch nicht viel Speed raus. So. Tiefer. Jetzt müssen wir mal schauen, was passiert gleich. Das ist ein bisschen ärgerlich mit der Homesickness. Ich bin mal gespannt, was kaputt ist. Ich hoffe, nichts Wichtiges, ehrlich gesagt. So, wie geht's euch? Hab es expired für euch, weil ihr komisch seid. Also, Bob und Hugo müssen hier raus. Müssen wir erstmal jetzt Crew Transfer mit den anderen beiden machen. Ach nee, wir haben nur gesagt, wir tauschen nur einen aus, ne? Anthrax ist der Pilot und Almesh ist der Wissenschaftler. So. Bob und Hugo müssen raus. Ich hoffe, der zerlegt mir nicht das Raumschiff, ey. Ich hab so die Befürchtung, dass die mir richtig Ärger machen. Aber eigentlich haben sie schon gemäutert, ne? Und ich sehe jetzt nichts, was passiert wäre. Seht ihr irgendwas? Es scheint nichts zu fehlen. So, ich nehme das Monopapalant mit. So. Hm? Bist du der größte KSP-Streamer? Ähm, das ist, glaube ich, aber Sonntagabend, ähm, bei den deutschsprachigen KSP-Streamern ist das, glaube ich, mittlerweile relativ normal, Hashtag abgehoben. Aber ich glaube, die einzigen, die da noch größer sind, sind entweder deutsche Streamer, die das mal Accidential spielen, weil sie eh sehr groß sind. Äh, oder halt, äh, oder halt, es gibt, glaube ich, zwei, drei, äh, US-Streamer, die einfach immer mehr Zuschauer haben, als ich das habe. Äh, für KSP, also besonders, äh, das, äh, na, und? Oh Gott. Äh, genau. Und natürlich Scott Manley. Wobei der nicht immer mehr hat, als ich. Der ist mehr auf, der ist halt mehr ein YouTuber, als ein Twitcher. Genau. Genau. Aber, äh, und zu Recht, und zu Recht, die machen auch gute Sachen. So. Ich hatte ein bisschen Schiss abzudocken, ehrlich gesagt, mit den Verrückten an Bord. Aber ich muss. Ich muss ja. Okay. Sie sind immer an einem Raumschiff und erst mal Return to Duty. Mal gucken. Heißt das jetzt, wir können zum Beispiel den Biologen für die biologische Erzeugung von Dingen wieder zurückschicken. Ich probiere mal was. Ich probiere mal, ihn wieder reinzusetzen. Was dann passiert. Aber jetzt hat er ja sein Habitation wieder gerefresht. Habitation ist ja das, was refresht, wenn man das Raumschiff wechselt. Bleibt auch sauber. Sehr schön. Dann ist er quasi, äh, Almesh war das, ne? Richtig, hab ich jetzt alles richtig gemacht. Almesh war, ne, Almesh ist nicht der Biologe. Hugo ist der Biologe. Hugo, warum hab ich ihn jetzt hier rausgenommen? Ich bin verwirrt. Äh, zack, zack, zack. Du sollst natürlich ins Labor. Du sollst bitte in das Ding da rein. Herzlichen Dank. So, da macht der Hugo seinen Job. Und wir können wieder umschalten. So, und jetzt ist der Bob nämlich auch erstmal geresettet. Und relativ friedlich drauf. Ich hoffe, das bleibt dann auch dabei. Und wir können einfach erstmal retrograd verschwinden. So, jetzt müssen wir mal schauen. Neues Ziel ist auf jeden Fall eher hier. Äh, nur eine minimale Inklination. Das könnte klappen. Jetzt probieren wir uns mal. Guck mal, das ist KSC. Man kann es sogar von hier erkennen. Scott, wer? Hallo? Kannst du bitte nicht den heiligen Scott infrage stellen? Bitte dich. Da machen wir hier kein... Also ich verstehe ja viel Spaß, aber damit machen wir keine Witze. So, wir gehen mal auf einen relativ niedrigen Orbit, wenn ich das sehe. Wenn ich das richtig sehe. Und schönen guten Abend, Auto. So, erstmal scheint das zu funktionieren. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, sobald wir die Supply Range der Station verlassen. Ob dann alle durchdrehen oder ob es weiter funktioniert. Also Supply haben wir ja, aber Habitation und Homesickness. Dann direkt auf Null gehen bei Bob. Ne, 14 Tage auch Puffer. Sehr schön. Ich bin begeistert. So, ich fliege jetzt gerade ein bisschen mit RCS Fuel. Um uns da ein bisschen Gewicht und Delta V zu sparen. So, ich werde das relativ weit runter bringen, tatsächlich. Das ist auch irgendwie 10 oder so. Und dann muss man mal schauen, wie sich das so mit dem Pott hier anlässt. Wir sind nämlich noch ganz schön hoch. Wie gesagt, bis auf 10 knapp. Und dann machen wir erstmal RCS aus. Und gucken mal, dass wir den Typen irgendwie erstmal so halbwegs bekommen. RCS aus. Gut, schauen wir mal. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, dass das Wreckage an uns rankommt. Wir retten doch Kerpond, oder? Nicht, dass ich den falschen anfliege. Ja, Kerpond. Alles klar. Okay, dann. Kerpond, möge dein Pott uns einholen. So, weil wir entfernen uns damit schon mal ganz gut von der Raumstation. So, und ich glaube, es ist safe zu sagen, dass wir gleich noch auf einem niedrigeren Orbit können. Aber erstmal ist es okay, wie es ist. Okay. Was sagt unser Strom dazu? Also Strom sagt, ich habe sehr viele Batterien eingepackt. Okay. Jetzt wäre langsam wahrscheinlich so der Punkt, wo wir mal retrograd gehen können. Um es ein bisschen langsamer zu gestalten. Ich hätte halt gerne mal einen Encounter-Indicator, damit ich pro Orbit sehe, wie weit sich das Problem noch fortsetzt. Wie will er mir das gerade nicht gönnen? Da ist er noch knapp hinter uns 80 Kilometer, nee. 187 Kilometer. Okay. Da geht noch ein bisschen was. Mal gucken, ob nächster Orbit schon Thema wird. Okay. Ich muss ein bisschen gegenbremsen. Sonst wird das zu viel Abstand. Sonst überholen wir ihn. Er überholt uns natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Dann, überhaupt hier, eine Runde rum und dann haben wir ihn. Da müssen wir uns nur noch langsam ranschlecken. 149 Meter pro Sekunde sollte für einen sauberen Wiedereintritt ausreichen. Dann kommen wir zwar ziemlich flach daher, aber hey. Was kann schliesslich alles passieren? Wir haben ja ein Headsheet mit dabei, oder? Ich bin mir bei manchen Sachen noch nicht so sicher. Wir haben einen übertrieben großen Headsheet sogar mit dabei. Okay. So, jetzt gehen wir Target Retro. Gleichen das gleich einmal an. Mit Sonnenuntergang und allem drum und dran. Very romantic, wie wir ihn retten. Very romantic. So, und dann müssen wir einmal in die falsche Richtung. Einmal in seine Richtung gucken. Und auch hinzu. So. Okay, jetzt probieren wir mal, ihn über RCS im Ziel zu halten. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Geht so. Das wird nämlich im Knapp. Insgesamt. So, ich hätte gesagt, wir machen jetzt nur einen Vorbeiflug. Aber wir müssen das bremsen, wegen dem Control. Okay, 700 Meter ist good enough for me. Dann müssen wir hoffen, dass wir damit noch retrograd in die Atmosphäre zurückkommen. Eieieiei. Das wird kurz auf knapp. Aber wir sind auf einem sehr tiefen Orbit. Also von daher sollte das hoffentlich hinhauen. So, wir haben jetzt Control Range. Und eigentlich sollten wir umschalten können sein Ding hier. Kannst du da raus? Yes. Okay. Das ist die Rakete. Die andere Rakete. Ich sehe sie gerade nicht. Scheiße, weil sie zu nah ist, ne? So, Carepond ist Quarter Master. Also mal gucken, ob jemand von euch Quarter Master werden wollte. Die gute, glaube ich. Ich glaube, das ist eine weibliche Krügel. Gut, erstmal ins Trocken. So. Back to safety again. In diesem wundervollen, ungetesteten Raumfahrzeug. Eine Körbe-Dinie, genau. So. Orbit Retrograd. So, jetzt machen wir aber erstmal alle Falsch. Safe. Start, klar. Was auch immer. Altitude. 5,5. 1,4. Copy, copy. Arm, shoot. Arm, shoot. Arm, shoot. So. Und dann bremsen wir, was die was die Nummer noch so hergibt. Sagt die Habitation. Die Habitation sagt 29 Tage. Ich würde sagen, wir machen noch einen Orbit. Und dann bremsen wir. Mal sehen, ob wir damit halbwegs in die Nähe des KSCs kommen. Oder so gar nicht. Da hat nur noch echt wenig Sprit zum Bremsen. Das wird mindestens mal spannend. Und es ist auf der PE, ne? Das könnte auch richtig tricky werden. Mal gucken. Okay, wir kommen auf jeden Fall nach Hause. Wenn auch potenziell sehr langsam. Das war's. Freunde. Wir sind leer geschossen. Warten wir auf den Atmosphären Eintritt. Da hinten kommt KSC. Also wir werden auf jeden Fall richtig heftig overshooten. So. Was geht's? jetzt ist schuld beginnt zu arbeiten. Einmal winken Richtung KSC. Wir sind noch auf knapp über 50 km Höhe. Also wir kommen sehr, sehr hoch rein. Aber er bremst schon ordentlich. Ich glaube, die Schirme sind eingestellt und scharf. Da kann nichts passieren. Also du willst den Schirmen kann nichts passieren. zwei sehr unterschiedliche Sternschnuppen heute. Okay. Ich denke, wir werden irgendwo vor dieser Insel ins Wasser klanschen. Okay. Schirme sind auch nicht safe. Jetzt sind safe. So. Wir machen mal das Licht an, dass wir gut zu finden sind. Dann hoffe ich mal, dass dieser Pott schwimmfähig ist. Das haben wir nämlich nicht angebaut. So, da kommen die Schirme. Jawohl. Wir werden runtergebremst und bei 1500, 1400 Metern kommt der Full Deploy. Ist dann aber auch schon ganz gut angebremst. Einmal eine kleine Gehbelastung und dann sieht es gut aus. Ja. Okay. Wir können das Ding hier noch jettisen. Das bringt noch ein bisschen was. Ist aber nicht so wild. Also der Pott hält irgendwie weit über 40 Meter pro Sekunde für den Impact aus, laut seiner Beschreibung. Ich habe das vorher extra nachgeguckt, damit ich nicht panike. Sieht also alles ganz gut aus. Wir sind auch kurz vor Sonnenaufgang. Da hinten sieht man schon so einen leicht rötlichen Schimmer. Und der geschwimmt. Sehr gut. Okay. Haben wir das schon mal erledigt? Dann können wir uns jetzt, glaube ich, mit den Daten aus der Ike-Mission befassen, beziehungsweise wir gucken gleich mal aufs Mission-Board, was wir haben, was wir eventuell noch erledigen können. Mir geht es darum, eventuell für die EVE-Missionen noch freie Slots mit EVE oder Gilly heißt da, glaube ich, der kleine Mond, oder? Lass mich gucken. Gilly, ja. EVE-Missionen vollzupacken, damit wir entsprechend gut vorbereitet sind und damit möglichst maximale Kohle machen. Seht ihr was? Orbiting the Moon, bla bla bla, könnte man annehmen, dauert aber noch eine Weile, müssten wir funken, stört mich aber eigentlich nicht wirklich, ein bisschen was rüber zu funken, wir tauschen dann halt Science gegen Geld, finde ich okay. So, und was wir jetzt machen werden, ist, wir senden ein bisschen was davon raus, wir senden ein bisschen was davon raus, also EVE-Probes hat eigentlich, wenn ich es verstehe, auch den Effekt, dass wir mit größerer Wahrscheinlichkeit Verträge bekommen, um Dinge bei EVE zu machen, also Verträge für EVE zu bekommen. Das wäre jetzt natürlich meine Hoffnung dahinter. Was wir jetzt deshalb machen, einfach, weil wir kriegen Reputation, ein bisschen Science und vor allen Dingen eine Menge Geld dafür, wir senden jetzt ein Ike-Experiment und ein DUNA-Experiment per Funk zurück. Einfach, weil wir es können. DUNA-Mission, Orbiting Eke. Sehr gut. Ich hoffe, es ist die richtige. eine Lektion, die die DUNA-Mission für mich war und das würde ich heute gerne noch umbauen an der EVE-Mission war, ich sollte mir so ein kleines Funk-Netzwerk mitnehmen. Ein Satellit, der die Funk-Abdeckung gewährleistet, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kritisch. Schönen guten Abend, Spezies 8472. Begruselig. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kritisch. Das heißt, ich würde prinzipiell mit dem Konstrukt hier ganz gerne arbeiten. Wir sollten hier auf Docking-Ports umstellen. Das ist eine Lektion, weil dieses Attachen nicht gewertet wird als Docking. und sollten dann noch gucken, dass wir wie gesagt ein kleines Funk-Netzwerk in Form von so Mini-Satelliten oder so was haben. Das müssen wir uns mal angucken, wie das funktioniert. So, äh, was genau will der von uns haben? DUNA-Stone-Bag ist ein anderes Thema. Achso, das sind die ganzen Yep, 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 I was very successful und ich hab noch ein Kerbel-Kostum ausbekommen. So, das müssen wir gleich machen. Transmitter recover scientific data from the surface of DUNA. Das ist halt mystisch, dass wir das nicht hinbekommen. Science data from the surface of Ike, also wirklich surface. Was hat man los? Mal gucken, was unser Science Container so hergibt an Geheimnissen. Oh, ich hab gerade keinen Empfang. Wir müssen mal kurz, wir müssen mal kurz, äh, zusehen, dass die Kiste Empfang bekommt. Da hinten ist das KSC. Wir müssen also noch ein bisschen drumrum drehen, bevor wir ihn steuern können. Vorher klappt das eh nicht mit dem zurückfunken. Ansonsten So. Ansonsten finde ich, war die Mission relativ erfolgreich für eine erste DUNA-Mission. Also wir haben relativ viel unserer Ziele erreichen können. Review stored data. Seismic Scan from bla bla central mountain range. 50 Mids ich habe ein bisschen Schiss, das ist halt recht groß. Ich suche mal was mit wenig Daten. Orbital Telescope bringt uns gar nichts. Solar Particle Analyse ist auch nicht vom Boden. Iridian Scan nö 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 DUNA Upper Atmosphere Upper Atmosphere Flying DUNA Flying DUNA Space High Over Space High Over Space High Over Space High Over Space Near Space Near Space Near Space Near ICIS South Eastern Mountain Range Material Study 25 Mids aber sehr viel Science Mystery Gut 10 Mids 20 Science Das wäre noch eine Option Temperature Scan Jawohl schön klein bringt relativ viel Science ein dann machen wir noch den übertragen den für 70% Science Value So und damit müsste die Mission erledigt sein Yes Okay Keep Experiment Keep Experiment Aber das ist alles Ika Habe ich irgendwas noch von DUNA Boden das wäre natürlich bitter ich das nicht hätte Aber Atmosphäre Shitty Habe ich tatsächlich nichts Ja krass Ich habe kein Gelandetes Ding mehr Von Duna Von the surface of Duna Aber wir haben noch Wir haben noch Noch eine Probe unten Aber die wird wahrscheinlich nicht Wirklich was übertragen können Vielleicht können wir die andere als Relay nutzen Um über unsere Hauptprobe zu Relay Wenn das irgendwie gehen würde Aber wird nicht funktionieren Glaube ich Müssen wir die nochmal zum Einsatz bringen Du hast Zwar Antennen Aber irgendwie nicht wirklich Funkverbindung Du siehst aber auch die andere Probe gerade noch nicht Richtig Ich muss mal kurz aus der Richtung gucken Du siehst die zweite Probe noch nicht Wir könnten noch kurz warten Hast du irgendwas an Bord Was noch relevant ist Das können wir auch erst sehen Wenn die davor ist Klappt das noch Bevor wir in den Funkschatten gehen Come on, come on Gib mir nur Relay Zack Sag, dass du irgendwas hast Irgendwas vom Boden Komm schon Ich glaube das habe ich alles rausgegeben Ich habe ihm das alles gegeben Okay Dann wäre jetzt noch die Möglichkeit Dass er irgendwie Irgendwie ein Signal Nach da hinten bekommt Aber ich befürchte nicht Weil er könnte funktionieren Er steht ja da rum Das ist ja der Wo ich das Triebwerk versaut habe Wenn er nochmal es schafft Das rauszusenden Wir können ja irgendein Experiment Wiederholen Nein, wir brauchen Scientific Data Auf jeden Fall Schwierig Schwierig, schwierig Aber vielleicht kann tatsächlich Jetzt die gescheiterte Probe Uns den Tag retten Gut, das wissen wir alles nicht Because of Aber du hast noch Antennen, oder? Du hast noch Antennen Und potenziell Wie viel Zeit haben wir noch? Sieben Tage Na dann lassen wir doch mal Duna ein bisschen drehen Das ist ja auch eine ganz beschissene Kombination von Positionen Ist sie immer in dieser Position Komplett Kommt Ike niemals raus Zum Spielen Doch, oder? Nur halt sehr langsam, glaube ich Oder kommt der niemals So weit raus Ist er immer an der gleichen Stelle? Nein Es wirkt ein bisschen so, ne? Ich glaube, der niemals Das kriegen würde Ärgerlich Okay, dann müssen wir, glaube ich Von hier aus Tatsächlich Gucken, dass wir in ein In ein Eco-Orbit nochmal In ein Eco-Orbit Sag ich schon In ein Duna-Orbit nochmal gehen Damit wir Tatsächlich Die Kiste Hinbekommen Das kostet mich jetzt natürlich Ein bisschen Sprit Aber da ist mein Bodenexperiment Da wäre mein Bodenexperiment In ein paar Tagen Dass ich das noch erledigen kann Moin, Ludus-Artefacts Ich weiß nicht, was du genau testest Aber Lesen konnte man nicht Je nachdem, was du vorhattest War das jetzt ein erfolgreicher Test Oder eben nicht So Ach ja, hier hatten wir ja das Thema Ich drehe mich nicht Weil Gründe So Relativ kurzer Burn Relativ wenig Sprit Und Feuerfrei So Da noch ein bisschen Zeit Vielleicht ist das jetzt Tatsächlich die Antwort Dass wir über den Etwas gediegeneren Orbit hier So Reimachen So Rel Fabo Vielen lieben Dank Für den Resub Im vierten Monat Mittlerweile auch schon Dankeschön Und weiterhin ganz viel Spaß Beim zugucken So Jetzt machen wir hier mal Gleich müssen wir nach Minmos rüber Jetzt gucken wir hier mal Ob wir noch Bodensigns Irgendwie rausgedrückt bekommen Wir haben ein relativ kurzes Überflugfenster Aber das sollten wir versuchen zu nutzen Um Irgendwas rauszusenden Was noch ein Value hat Obwohl nicht mal das Das ist eigentlich völlig egal Es ist so ein Es ist so ein Ist alles egal Vertrag Muss nur gesendet sein Richtig? Richtig Zack Oh Und gleich noch Gravitational Influences Auf Ike Escaped Hooray Zack 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 Okay Herzlichen Glückwunsch Du warst nicht komplett nutzlos Ist das nicht schön Wir müssen jetzt nur mit der Probe Ein bisschen aufpassen Ich werde mit der jetzt noch Ein ganz kleines bisschen bremsen Dass wir nicht im Influence Bereich Von Ike bleiben Weil sonst zieht uns In einem ungünstigen Moment Ike aus dem Orbit von Duna Und wir crashen gegen Ike Oder knallen auf Duna runter Und ich frage mich nachher Warum die ganzen Wissenschaftspunkte weg sind Das heißt Wir werden jetzt ganz leicht Nochmal Retrograd brennen Und damit hoffentlich Sicherstellen Dass wir Nicht Ike begegnen Nochmal Das kostet uns zwar Beim Abhauen Ein bisschen mehr Sprit Aber so ist das halt So ich burn jetzt kurz mal Das ist weg So das sollte eigentlich Jetzt schon reichen Dass wir nicht Ike nochmal begegnen Sehr schön Okay haben wir das erledigt Ich würde kurz über Mission Control gehen Um zu gucken Ob es neue Verträge für Eve oder Gilly gibt Dafür haben wir den ganzen Stunt hier gemacht Also wir haben jetzt gerade zwei Slots freigeräumt Die mit Kohle und Science nochmal getauscht Jetzt kommt die große Frage Gibt es neue Eve oder Gilly Verträge Denn wir haben ja Ich gucke nochmal nach Aber wir haben Eigentlich Den Eve Probes Aktiv Yay Eve Probes Na 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 Eve Probes So Das wird gut Das wird ein sehr guter Vertrag Der wird sehr viel Spaß machen So Kohle 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 Wir sind bald so weit Dass wir genug Kohle Puffer haben Dass ich das upgraden werde Und dann eure ganzen Köpfls nachziehe Aber jetzt gibt es erstmal Mission Control So Orbit of the Moon Wir haben noch neun Jahre Zeit Um den zu retten Das Ding ist auch hoffentlich bald durch Eve Probes läuft Das machen wir gleich Available Nope 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 Alles nope Alles Vollkommen Nope Genau Das Magnetometer ist alles von The Magic Orbit of Science Definitiv ein Plugin Was ich sehr empfehlen kann Gerade für Hard Mode Karrieren Weil es sonst sehr sehr schwierig wird Mit der Science Das ist immer noch knackig dann Aber Und ich finde die Experimente Wirklich schön gemacht Das sind schöne Ideen Und auch schöne Echte Experimente Die man normalerweise Performen würde Mit dabei Und das finde ich persönlich Sehr schick gemacht Bei dem Mod So Wir gehen zum Minmus Resource Scanner Und machen das mal fertig Und danach geht es In die Engineering Phase Dann werden wir Unsere Duna Mission Uns nochmal zur Brust nehmen Und aus den Fehlern Die wir gelernt haben Dass sie vorhanden sind Eine bessere Mission machen Hoffe ich So ich mach nochmal kurz das Mikro zu Ich muss das nur machen Weil ich sonst Benjamin Blümchen Copyright Strikes bekomme Das wollen wir alle nicht So Da soll es hingehen Da hinten ist unser Manöver auch schon markiert Das heißt ich kann jetzt hier nochmal den Zeitraffer reinwerfen Im Moment geht es hier glaube ich auch allen richtig gut Alle sind richtig happy Die Dawn Station Die Dawn Station sieht auch noch ganz gut aus Wöller, Meckes und Grimisch machen sich da Schöne Party Den können wir auch schon mal rausnehmen Den Alert Ich sehe ihn ja kommen So und jetzt werden wir den gleich Ganz geschmeidig positionieren Das Schöne ist Dass der halt gleichzeitig auch noch ein sehr starker Einer unserer stärksten bisher glaube ich Relay Satelliten ist Was uns sehr entgegenkommen wird Bei der ganzen Geschichte Den auch in einem Gut stehenden Polar Orbit Um Minmus zu haben So Zack Zack Schönes Gerät Schönes Gerät auf jeden Fall So und dann werden wir den gleich In einen Scan Modus versetzen Sobald er sich in den Orbit eingebremst hat Das sollte ja relativ Ich hatte den zirkular gemacht Meine ich na 170 172 Ja Das passt doch So wir haben auch noch mehr als genug Fuel dafür Wir können also später auch noch Korrekturen vornehmen Und dann Schauen wir mal Das finde ich auch Hier passt das optisch auch mit diesem Boattail Ding Total gut dazu Finde ich Sieht sehr sehr schick aus So Und Aus Hervorragend Und dann Deploy Scanner Perform Orbiter So Das ist glaube ich das was ich machen soll Ah ok der hat einfach eine Weile gebraucht Um das zu checken Ok Ich dachte schon Na nun Was würde denn dann So Wir haben ein Resource Scan von Minmus Jetzt schauen wir uns Minmus mal an Wie es so aussieht Mit den Ressourcen Hier haben wir eine hohe Konzentration Äh Jetzt lasst uns mal gucken Ressource nach der wir zuallererst mal suchen Ist wahrscheinlich Or auch So Irgendwo was anderes Hier ist noch was 60% 60% Also das hier sind so die Regionen In denen wirklich viel zu haben ist Gibt es hier auch Metallic Ore Nicht ganz beisammen Gibt es hier auch Gibt es hier auch Gibt es hier auch Gibt es hier auch Metallic Ore Gibt es auf jeden Fall In niedrigen Konzentrationen Also die Ecke hier scheint Gar nicht so schlecht zu sein Ähm Das müssen wir uns dann noch mal In Ruhe angucken Aber dann haben wir das jetzt auch Schon mal erledigt Ist jetzt noch nicht Sofort unsere Primärmission Aber ähm Wir brauchten den Resource Scan E Für die Tankstelle unten Ähm Damit wir sagen können Jawohl Hier ist der Platz An dem wir unsere Basis Bauen wollen Erwiesenermaßen ja auch Eine relativ wichtige Sache Aber jetzt machen wir Erstmal als erstes Die EVE Mission fertig Hätte ich gesagt Ähm Bevor wir uns um so Dinge Ähm Bevor wir uns um so Dinge Kümmern Die äh Mit der Ressourcen Äh Mit dem Ressourcenkram zu tun haben Das wäre für mich dann der nächste Große Themenblock Das wäre wahrscheinlich dann Nächste Folge Ähm In der wir Dann ein bisschen genauer Darauf gucken Wie das funktioniert So Jetzt laden wir mal Die Duna Mission Also An der Duna Mission Gab es so ein paar Dinge Vieles hat gut funktioniert Ein paar Dinge halt nicht Muss man dir Fairness aber sagen So Die Duna Mission war auch nicht so besonders reusable Da können wir gleich nochmal gucken Ob das Sinn macht vom Gewicht her Äh Wahrscheinlich nicht Mit 39 Tonnen Ähm Okay Also First things first Äh Ich würde sagen Das war Nicht die beste Meiner Ideen Aber Es war mal ein Versuch wert Das würde ich jetzt Als allererstes mal austauschen Gegen einen Inline Stabilizer Ähm Weil der hätte Ein bisschen was gebracht Ehrlich gesagt Den können wir ein bisschen Runterschieben glaube ich Ja Der schwebt so ganz leicht Der wäre gut gewesen Den zu haben So Und dann machen wir da oben Einen Äh Einen Adapter drauf Auf den kleinen Docking Port Oder Achso Der kleine Docking Port Hilft uns jetzt natürlich auch Nur sehr begrenzt weiter Sehe ich gerade Schwierig Ah Schwierig Schwierig Krampfgarden Vielen lieben Dank Für Dein Host Mit 16 Zuschauern Ich nehme an Ihr seid fertig mit Spielen Und deshalb rübergekommen Vielen lieben Dank dafür Vielen lieben Dank So Äh Ja Das zum ersten Problem Äh Lass mich das erste Problem mal fertig bauen Äh Junior Docking Port Jetzt fällt mir natürlich gerade auf Jetzt fällt mir natürlich gerade auf Dass wir mit Eve Eine sehr dichte Atmosphäre haben werden Ohne Heat Shield Schwierig Scheinlich Also auf jeden Fall werden das keine Return Missionen Das kann ich auch schon mal sagen Auf jeden Fall werden das keine Return Missions Stimmt Es werden keine Return Missions Ich komme von Eve nicht mehr weg Okay Äh Legolas Legolas Hi Und tschüss Und moin TV LOL Gamer LOL Gamer TV Glaube ich Hm Okay Keine Return Propes Macht natürlich ein paar Sachen auch einfacher Äh Äh Schwierig Zack So Und vielen liebigen Dank Fürs Follow Neugamer TV Ganz herzlich willkommen Bei den Corona So Monopapalant Wir haben 30 Stück Ja Äh Das mit dem Docking Können wir uns halt einfach auch hart sparen Ne Wir können uns halt einfach hart sparen Weil die Dinger werden nicht wieder auftauchen Gilly geht aber mit Return Ja Gilly geht ne Eine Probe mit Return Gilly Probe braucht auch keine Gilly Probe bräuchte auch kein Dings Die bräuchte auch kein Ja ja du hast recht Es ist nicht völlig nutzlos Die braucht auch keine Faltschirme Dann haben wir da das Problem nicht So jetzt würde ich aber gerne nochmal Die dynamischen speichern wir erstmal Und jetzt hatte ich aber Die Dinger als ein Subassembly auch gebaut Wie hießen die denn Weil ich vorne auf die Kleinen Probes nur Wenn ich es drauf bekomme Ähm Ich dachte ich hätte Ich hätte hier ein Subassembly gebaut Ich hätte schweren können Duna Länder Siehste Aber ich habe die nie gespeichert Kann das sein Tatsächlich nicht Okay Zack Neu Dann machen wir jetzt nämlich einfach Ein Gerät wo ich das anbauen kann Kurz Ist ja nicht so wild So Dann arbeiten wir das Subassembly Duna Länder mal um Ähm Denn an sich Ändern sich halt einfach so ein paar Generelle Sachen An der Kiste Dadurch Dass Wir Nicht Landen müssen So ich mache jetzt mal die einfachen Parts Die einfachen Parts sind Naja schlicht und ergreifend Der Gilly Länder Ne Der Gilly Länder ist nämlich Kann ja ganz normal arbeiten Das Einzige was wir beim Gilly Länder aber machen könnten Wäre Ihm Ne Akzeptablere Antenne verpassen Als dieses Mist Ding Dann kann er wahrscheinlich auch ziemlich autark fliegen Und gleichzeitig noch als Relay agieren Dann hätten wir auch schon mal einen Relay Satelliten mehr Zack Guck mal Das ist schon mal ein 2G Laser Satelliten Wie hätte das ausgesehen Auch nicht so schlecht Ne Was wiegen die Dinger 0 3 0 1 5 Und schlüssig Was das Ding hier auf jeden Fall kann Ist ein bisschen mehr Science mitnehmen Denn Wir könnten sagen Wir kürzen das hier auf ein Double zurück Oder maybe sogar auf ein Single Electric Charge 1050 So Atmospheric Ding kann weg Gilly hat keine Atmosphäre Da ist noch was frei Äh Das Das Macht alles Sinn 505 505 Reicht uns 505 Oder ich nehme es hier tatsächlich sogar raus Ganz bewusst Das war nicht was ich wollte Äh Thank you for traveling with Deutsche Bahn Äh Ich nehme das hier mal ganz bewusst weg So Ähm Und mach da den Strom dazwischen Dann kriegen wir 1000 Einheiten über das Ding Das macht ihn nur ein bisschen länger So Jetzt müssen wir mal gucken Also Wir haben ja so Das ein oder andere Science Experiment Was wir machen können Die sollten wir natürlich auch alle ansetzen So die Die normalen Banks habe ich alle Atmospheric Science Unit Check Äh Advanced Material Bay Check Wobei da die Frage wäre Ob man sich nicht mehrere Hops gibt Tatsächlich ne Ich glaube dafür habe ich auch ein neues Ding Aber das können wir gleich noch entscheiden Je nachdem was da so für Experimente noch sind So es gibt noch ein Ich habe ein neues gesehen Oh da Physical Science Unit Da drin haben wir Gravity Data und Seismic Data Gravioli Detektor und Accelerometer Der Gravioli Detektor arbeitet Im Orbit Aber wir würden ja damit in den Gilly Orbit fliegen Von daher Nicht ganz falsch Ihn zu haben Zack Zack Und ich mag diese Dinger auch unheimlich Diese Containments So Das haben wir Check Ähm So Noch irgendwelche Bodensachen Die wir machen sollten Ich überlege tatsächlich Ob wir das Ding nicht einfach duplizieren Und sagen wir können viel mehr Weil wir haben auf Ike schon Mehrere Stations angeflogen Dass wir wirklich vier Biome bodenmäßig mitnehmen können Und das dann zurück bringen Das wäre super Aber wir müssen es dann Ah shitty So müssen wir es natürlich Auch wieder abgeben Das heißt wir bräuchten Einen Science Container Hier drin Hast du den da rein? Ja Oder? Den muss ich wahrscheinlich Ein bisschen nach hinten drücken Ja So mit dem Science Container Können wir die Sachen nämlich raus Ziehen Ja Come on Was ist denn hier so komisch gerade? Zack Cool Danke Wird doch alles so schwer nicht sein müssen So mit dem Science Container Können wir jetzt hier Nämlich die Labore wieder leeren Während wir unten sind Müssen ich jedes Mal zum Orbiter hoch Das ist mir noch aufgefallen Auch beim letzten Mal Sehr gut So Und jetzt überlege ich gerade Dynamic Albedo of Searching for Water Flint Vielen lieben Dank fürs Follow Und ganz herzlich willkommen Habe ich nicht auch mittlerweile Ein Surface Sample Drill Yes Lass mich mal gucken Wie groß der ist Der wäre natürlich ideal Ich glaube der ist relativ groß Was wiegt das Ding Tolle Ich weiß nicht ob wir das überstehen Wenn wir das machen Der wäre halt der Hammer Der wäre halt richtig Der Hammer Kann der immer wieder Benutzt werden Von der Grund Das nimmt uns halt Richtig Delta V raus Aber ehrlich gesagt Das ist halt Fucking Gilly Sondern Like Anyone Cares So gut So gut Das wäre so, so gut. Da wäre es ein Jamoen. Haben wir noch irgendwas Lustiges, was wir auf der anderen Seite... Ich würde sagen, wir packen hier noch ein Seismic Impact Hammer ran. Das Wien fliegt sich sicherlich ziemlich beschissen. Hat aber Seismic mäßig natürlich ein paar Vorteile. So, jetzt haben wir da noch einen Slot frei. Nugula. Nugula. Seismic mäßig haben wir noch einen Slot frei. Ich überlege gerade, ob wir uns... Exo-Curbo-Core-Drill-Click-Core-Samples. Der wäre natürlich ein bisschen leichter, ne? Boah, ich glaube, ich nehme lieber den. Mal gucken, wie der funktioniert. Das andere Ding ist natürlich Surface-Samples, ne? Ach, Freunde. So viele, so schwere Entscheidungen. Bösartige Entscheidungen. Vielleicht nehme ich alles mit. Einfach, weil ich Gilly... ...nackt machen will, was Science angeht. Ich will alles haben. I want it all. Ich bin verwirrt. Ich verstehe gerade nicht. Okay. Gut. Du fährst dich so aus, richtig? Voll gut. So. Jetzt musst du doch irgendwie in die Richtung auch drehbar sein. Okay. Warum ging das eben nicht? Zack, zack. Zack. Was muss ich nur noch mitbekommen? USS Liebeskolben. Ah, genau. Falsch rum. Wie bitte? Kannst du bitte was Jugendfreies machen? Huh, cool. Äh, außerdem ist das ein Satellit, der an einer anderen Rakete sein wird, leider. Das wird noch lange dauern, bis du den Namen bekommst. So, jetzt muss ich mal schauen, dass die Dinger hier nicht... Zack, das passt. Sehr gut. So. Oh, dann können wir das hier nämlich schon mal als Subassembly... Merkens, das ist völlig egal, was er getan hat oder nicht. Äh, da steht eine ganz klare Aussage mit dabei, bitte jugendfrei zu bleiben. Und, äh, das werde ich in dem Fall schlicht und ergreifend nicht machen. Und wenn dir das nicht passt, oder das dem Spanker nicht passt, dann habt ihr halt Pech gehabt. So. Das ist der Gili-Länder. Zack. Es ist sicherlich nicht 18 plus hier. Dieser Stream ist nicht auf 18 plus eingestellt. Ist er einfach nicht. Zack. So. Das ist alles dran. Fertig. So, ähm, jetzt muss man das Ding natürlich nochmal umbauen. Auf, äh, Eve. So, bei Eve werden wir ein paar andere Probleme bekommen. Vermute ich. Jetzt kommen halt die großen Fragen, was wir damit machen. Ähm, ach, shit. Ah. Ich hab noch ne Sache vergessen. Für den Gili-Länder. Delete. Ich brauch noch, äh, Solarpaneele. Eine neue Folge des Surviving-Körbeln. Ich brauch noch neue. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Solarpaneele. Solarpaneele. Strom, 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 Strom. Solarpaneele. Da. Ich denke mal, das passt soweit. Zack, zack. Extend solar. Retract solar. Sehr schön. So, zweiter Anlauf dafür. Ich hab noch, hab ich noch einen Slot mehr? Was machen wir mit dem Slot? Kaufen wir uns die Albedo of Notions? Why not? Why not? Light Scaling Arm wird da nicht reingehen. So, wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Und noch ein wenig mehr. Eigentlich nehmen wir uns viel zu viel mit. Aber hey. So, zack. Hm. Und dann haben wir den Gili-Länder soweit erstmal fertig. Ich glaub, das wird ganz gut funktionieren. Jetzt kommt halt der, glaub ich, eher schwierige Part. Einen vernünftigen Eve-Länder zu konzipieren. Gute Frage. Schönen guten Abend hier noch dann, LOL-Gamer. So. Tja. Was nehmen wir da alles mit? Also ich glaub, so vom Grundgerüst her... Ist das hier wahrscheinlich nicht ganz falsch. Das Docking. Achso, das Docking, ne? Ah, das ist... Das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? Heute bin ich richtig unkonzentriert. Aber gut, vielleicht krankheitsbedingt. Oder ich hab sonst das Problem auch und merk's noch nicht so bewusst. Ach, super ärgerlich. Ich rede die ganze Zeit noch davon... Äh, Docking zu machen. Ich baue mir hier schön... ...ne fette Relay-Antenne dran, statt ein Docking-Port. Falls mich jemand aufhalten wollte. Ich hab's höflich überlesen. So. Das ändert aber nichts daran, dass wir dann noch eine Antenne brauchen. Also, ich hab's höflich überlesen, dass wir dann noch eine Antenne brauchen. So, sind die Combine-Able? Ja. Combine-Able. Hm, 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 hm. Ich denke, das passt. Okay. So, nächster... Was soll das werden? Kyfis, das soll eine Gilly-Probe werden. Jetzt alles dran. Bla, bla, bla. Das ist auch drin. Sehr gut. Jetzt aber. So, Gilly-Länder löschen. Zack. Gilly-Länder nochmal neu machen. Gilly-Länder. Save. Ist der Tank das Gegengewicht? Nee, der Tank ist die Stelle... ... ... ... ... Die, die ich das Ganze hier ansetze. Ähm, damit ich das als Sub-Assembly gleich nutzen kann. Ganz kurz nochmal Mikro zu. So, deine. Also, jetzt müssen wir uns ein bisschen was anderes überlegen. Der Gilly-Länder wird ein bisschen anders funktionieren. Erstens, er kann nicht zurückkommen. Punkt. So, ähm... Schaffe ich nicht mit so einem kleinen Länder. Ähm, zweitens... Wir werden wahrscheinlich nicht propulsive landen müssen. Ähm, weil... ... ... ... ... ... Wir, äh, mit den Fallschirmen sehr gut arbeiten können. Drittens. Ich glaube, ohne Hitzeschild würde es nicht gehen. So. Das sind mal so die Grundannahmen. Jetzt machen wir mal folgendes. Wir rerouten jetzt die Kiste mal ganz kurz auf das da oben. Thank you. So. Jetzt wird der Föhlefanz hier weggebaut. Also. Das hier alles ist prinzipiell mal gar nicht schlecht. Mit prinzipiell mal meine ich eigentlich ganz cool. Aber... Jetzt muss ich nochmal rerouten wahrscheinlich. Hier rein. Ja, da ist übrigens mein Octocore, falls den jemand gesucht hat. Da drin verstecke ich ihn. So. Ähm, dann brauchen wir nämlich auch das hier nicht. Zack. Das ist halt alles so... ...mein Konstrukt erstmal, mit dem ich arbeite. So, jetzt brauchen wir aber nur einen. Davon. USS Richard Nixon. Wenn du das möchtest, können wir das gerne USS Richard Nixon nennen. Herr Spanker. Erinnere mich ja nachher dran, wenn ich die Rakete baue. Weil das sind ja jetzt die Sub-Assemblies. Sonst wird das schwierig. Was machen wir mit dem Platz? Das Ding da brauchen wir auch nicht. Obwohl. Doch, während wir durch die Atmosphäre fliegen, könnten wir gegebenenfalls Sachen aufnehmen. Könnten wir gegebenenfalls. Okay. Dann müssten wir die hier rausziehen und da drin lagern. Sonst kann ich nicht mehrere Sachen machen. Check. Okay. Ähm. Macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Macht also auch Sinn. Macht Sinn. Ha. Ich bin nicht vor dem Erreichen des Orbits. Hä? Warum habe ich den jetzt zweimal drin? Einmal hätte es wahrscheinlich getan. Ich befürchte, dass andere Sub-Assemblies hat den auch zweimal drin. Naja, egal. So. Zack. So. Jetzt wäre nochmal die Frage. So ein bisschen für mich. Kann ich. Mal das Ding komplett abnehmen. Ich würde mir jetzt gerne nach unten raus so ein bisschen Platz schaffen. Deshalb hänge ich das jetzt hier direkt dran. um Bohrer und sowas anzubringen. Weil ich tatsächlich die Idee der Bohrer an sich eigentlich nicht schlecht fand. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich die Bohrer tatsächlich äh das ist auch nicht welches Teil würde man da am ehesten für nehmen? also wahrscheinlich ja sogar das aber so ist halt drin so dann klappe ich es 90 Grad aus zack da gibt es sich nicht irgendwie noch ein bisschen in kleiner klein wäre halt cool versteht ihr was ich bezwecke? ich bezwecke quasi den Bohrer während dem Wiedereintritt innerhalb des Gehäuses zu haben da muss noch ein Tumor dran ok Watergate Satellite ähm tja den Core Drill könnte man eigentlich ganz gut hier anbauen finde ich das Problem ist jetzt nur dass er dann halt so aussieht äh wir könnten natürlich jetzt sagen wir machen hier noch das andere Robotics-Paar dran so hätten wir hier Maximum 90 Grad Nucular das Wort heißt Nucular steht halt draußen ärgerlich ist einfach zu groß wegen dem blöden Teil da schade das wäre eigentlich ganz gut gekommen ok das heißt das Teil ist leider ein bisschen too much das heißt k k Ska k k Schade. Schade, schade, schade. Außen habe ich halt echt ein bisschen Schiss, ne? Beim Wiedereintritt in der Atmosphäre von Eve habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss, was das macht. Also außer jetzt explodieren. Explodieren halte ich für relativ wahrscheinlich. So, äh, hier machen wir, glaube ich, tatsächlich eine Universal Storage Batterie rein. Dann muss ich mich mit dem ganzen Thema außen liegende Solarpaneele während einem Wiedereintritt äh, drei reichen. Zwei, ist zu wenig, richtig. Drei ist korrekt. Drei ist korrekt. So. Hier sind die ganzen Schränke drin. Check, check, check. Ja, jetzt ist noch die Frage, gehe ich das Risiko ein? Ich meine, es ist ein cooles weiteres Experiment, eine Bodenprobe zu nehmen. So, was sagt man das Gewicht? Das muss man natürlich auch noch beachten. Wir können natürlich einen Willen kleinen Trick anwenden. Mal gucken. Das Gewicht nach unten. so. Daher überliegt was sehr ähnliches, weil ich eh noch dafür sorgen muss, dass das Gewicht der Probe unten ist. vielleicht so etwas ähnliches fern ist natürlich auch gar keine so schlechte idee sagen wir nehmen künstliches gewicht also jetzt schauen wir erst mal wie weit der schild so oder so uns das gewicht nach unten zieht schon gar nicht so schlecht wir machen dann oben noch ein bisschen dings hören ja 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 warum denn eigentlich nicht es spricht ja nicht was dagegen das zu tun das ist das ausprobieren blablabla das ist viel zu große teile für mich die dinge die ich suche ich muss erstmal kurz kaufen um zu sehen ob es das richtige ist ja ist an sich nicht falsch so passt auf hier können wir dann nämlich so sachen wie den bohrer und so anbringen zack so haben wir da noch mehr habe ich dieses laser ablation ding schon? ne ne aber sowas wie das atmospheric fluid spektrometer das hatte ich noch nicht so haben wir haben wir haben wir können wir noch machen ist aber glaube ich ein bisschen groß ich glaube für die zwei sachen reicht das ach da ist er surface ablation laser nice den nehmen wir dann natürlich noch mit just because of reasons was ist das ding eigentlich so reingerutscht? please der urst äh ist für von universal storage ja der ist von universal storage ähm aber ich verstehe worauf du hinaus willst das ist wirklich eine überlegung wert das ding zu duplizieren statt es so zu bauen aber ich will eigentlich auf was bestimmtes hinaus das problem dabei ist nämlich ne es hat den grund warum ich es so baue ne und zwar ist der grund ähm dass ich äh nach unten offen sein möchte und das ding ist halt nach unten glaube ich nicht offen oder mal genau das ding ist nach unten nicht offen das ist mein problem das ist der punkt warum ich diesen aufwand gerade treibe also um Kunstdruck zu schaffen weil ich habe noch ein bisschen was vor to prove so zack so system check lasers also das firing by lasers passt bohrer upsie upsie daisy das war natürlich ungeschickt so system check check hm 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 ja ok kümmern sich doch aber jetzt jetzt haben ich schon fertig gebaut jetzt ist es so na wish zack so So, zack, umständlichstes Ferrying ever, aber ich denke, es wird seinen Zweck erfüllen. Gut, das muss ich schließen. So, jetzt haben wir noch das Problem, dass natürlich die ganze... Das ganze Gewichtsding so ein bisschen nach hinten verlagert ist. So, jetzt machen wir erstmal die einfachen Sachen. Also, einfache Sache ist zum Beispiel, dass das Ding einen Fallschirm braucht. So, das wiegt jetzt 1,2 Tonnen, das ist der Fallschirm für die kleine Kapsel, die wiegt 0,8. Sollte auf Eve sehr viel besser funktionieren, bla bla bla, alles wird gut. So, und jetzt wäre die Überlegung zu sagen, ab einem gewissen Punkt können wir mit Airbrakes arbeiten. Aber, sehr kleinen Airbrakes. Okay, nicht super winzigen Airbrakes, sondern halt sehr kleinen Airbrakes. Damit ich die eine Zeit lang noch vor dem Airflow verstecken kann. Wahrscheinlich auch noch kleiner als das. 30% Airbrakes klingt schon mal gar nicht so schlecht. Damit ich die halt relativ geschmeidig anliegen lassen kann. Damit sie genau hier reinpassen. Hier sehen die komisch aus. So. Zack. So, und wenn wir die deployen. haben wir halt eine ganz gute Bremswirkung. Das hält die Probe aufrecht. Und im Windstrom, aber die Dinger sind halt, wenn sie zu heiß werden, kann ich sie einfach hinter den Windstrom wieder zurückziehen. So die Idee. So, und hier drin. Und hier drin machen wir noch unseren Funk. Ja, Plasma Blackout wird so oder so geben. Da kann ich nichts gegen tun. Aber es wird nicht die ganze Zeit sein. Und wenn wir dann... Ja, das ist die Frage. Kriege ich die abgestimmelten Antennen hier rein? Ah, das funktioniert tatsächlich sogar. So, dann könnte man halt noch sagen, wenn wir dann nachher stehen, können wir größere Antennen ausfahren. Ein bisschen mehr Empfang zu bekommen. So. Jetzt wäre noch die Frage, der Landebeiner tatsächlich... Macht man das so, macht man das nicht so? Robotics... Die sind zu groß oder was? Wie geht die mit allem drum und dran? Obwohl, könnte funktionieren. So, und wenn man die dann... Target-Extension volles Mett macht... Stehen die halt dann so da... Um nicht in den Dreck zu gehen, ne? Man kann das dann auch ein bisschen steuern. Wie weit man die Dinger rauslässt... So... Motor-Size... Jetzt wahrscheinlich 20%... Und... Traverse-Rate... 0,2... Bla... Irgendwo da... Dämpening volles Mett... So... Zack... Habe ich schon diese Grip-Pads... Wo waren die nochmal drin? Ich glaube, ich habe sie auch noch gar nicht... Lalalala... Tuk, 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 tuk... Äh... Group... Ne... Pad... Ne... Okay, da müssen sie halt ohne das stehen... Hoffe ich... Und wir lassen es tatsächlich einfach auf diesem Stab stehen... Aber das würde ich gerne nicht riskieren wollen... Ehrlich gesagt... So... Das heißt... Die Jeer-Action-Group geht auf die Dinger hier... Extend... Ja... So... Bla bla bla... Break-Action-Group ist klar... Fallschirme ist klar... Eigentlich sollte das Ding ohne... Bremsfallschirme klarkommen... Hm... Schwierig, schwierig, schwierig... Ich hoffe das passt... Lass mich das nochmal durchdenken... Ja... Anwinkeln kann tatsächlich eine Option sein... Ich befürchte, dass sie dann nur schnell... Relativ schnell aus dem Fairing ausgucken... Er macht das jetzt einfach so... Schauen wir mal... Das ist drin... Das ist drin... Das ist drin... Das ist drin... Energiegewinnung ist mit Absicht keine mit dabei... Da wäre eher die Überlegung... Ob wir später wieder so ein Backup-Ding noch machen... Dass wir sagen... Die Battery ist nur zwei groß... Und wir machen so eine kleine Solarzelle wieder mit rein... Für... Wenn sie dann mal steht... Kann man das Ding halt später noch betreiben... Zack... Fertig... Fertig... So... Ich denke... Ich denke das wird reichen... Für das Sub-Assembly-Länder... Äh... Jetzt müssen wir nur einmal gucken... Ah... Wie kriege ich das jetzt attached, ey... Wie kriege ich das jetzt attached? Ähm... Kann man hier... Die Kappler anbauen? Okay... Kann man die Kappler auch in die andere Richtung anbauen? Äh... Fuck... Ähm... Ich hoffe mal, dass das funktioniert... So... Blablabla... Blablabla... Rerooten... Mal gucken, ob das geht... Hier, das funktioniert schon mal nicht... Äh... Ja... Rerooten auf das... Ist mir auch erstmal egal... Ähm... Dann... Rerooten wir... Ind of das hier... Und, Freunde... Die Dinger will zu landen... Drei muss ich landen... Drei... So... Rerooten... Zack... Jetzt schauen wir mal, was passiert... Ah... Fuck... So ist es, oder? Sehr gut... Sub-Assembly-Drop-Zone... Not Attachable... Ich hatte es befürchtet... Ach... Oh... Diese... Ganze Arbeit... Umsonst... Weil der Mist nicht Attachable ist, ne? Und jetzt kriege ich es auch nicht mehr zurückgebaut... Jetzt müssen wir alles wieder... Control-Zen hoffentlich... Und ich gebe das wenigstens... Ja... Ah... Yes... Läuft... Richtig gut... Ah... Schmiede... Darfst du es nicht anfassen... Bis ich es umgerudet habe... So... Ja... Das ist... Finde ich immer noch so ein bisschen... Äh... Ja... Aber ich... Weiß nicht, ob ich vier mitnehmen kann... Weil ich will auch noch einen für... Gilly haben... Tatsächlich... Ah... Jetzt kriege ich das nicht gut zu sehen, ne? Kann ich dich auf den Parachute rerouten? Das wäre ziemlich stumpf... Aber das wäre erstmal besser als nix... Okay... Okay, wir müssen einen Tank einbauen, oder? Das hilft ja nix... Wir müssen tatsächlich einen Tank einbauen... Was total lächerlich ist, aber... Aber gut... Generell vielleicht ein Thema, ne? Was machen wir denn... Um die Kiste in... Ah... Das ist natürlich auch... Das hab ich gar nicht bedacht... Wir müssen die Kiste ja irgendwie... Wenn wir nicht komplett passiv gehen wollen... Dann müssen wir die Kiste ja irgendwie... In Orbit ein... Also... In suborbitalen Flug... Einfädeln, ne? Wollen wir das jedes Mal mit nem... Mit nem Orbiter machen? Das wäre natürlich ne Möglichkeit, aber... Wenn wir jetzt eh nen Fuel Tank ranschrauben müssen... Ach... Ich lege grad, wie wir es machen... Eigentlich spricht ja alles dafür, das unter... Die Stufe drunter zu packen... So... Puff... Puff... Ein sehr kleiner Fuel Tank... Mit nem sehr kleinen Motor... So... Das Ganze gibt uns 640... Das sieht nicht mittig aus... Gibt uns 640 Delta V... Fertig... Und damit hätten wir dann auch den... Äh... Können wir auch den Tanker... Ja... Äh... Damit hätten wir dann eigentlich auch das... Submiss Family... Weil das müsste jetzt... Attachable sein... Wenn auch auf ne ganz... Blöde Art und Weise... Aber... Es ist Attachable... Warum denn nicht? Klar bist du Attachable... Oh die Shit... Also... Manchmal... Dieses Sub-SM-D-Zeug ist mir immer noch nicht so ganz... Ganz geheuer, muss ich sagen... Okay... EVE Lender... Check... So... Ich hoffe ich hab da nichts vergessen... Jetzt gehen wir mal zurück zum... EVE... Irgendwas... Heißt das immer noch... Düner Mission... Ich hab's nicht umbenannt... Ich hab's offensichtlich nicht umbenannt... Ne... Hab ich nicht... Okay... Dann nennen wir's mal jetzt EVE Mission... Because it's the EVE Mission... So... So weit so schlecht... Die EVE Mission hat... Äh... Relativ guten... Gute Delta V... Blablabla... So... Jetzt kommen... Äh... Unsere Sub-Assemblies ran... Jetzt muss ich die aber alle einzeln setzen... Weil... Ein schlauer Mann gesagt hat... Es wäre witzig nur 3 davon mitzunehmen... Ernsthaft am Bewegen... Ob ich das wirklich witzig finde... Äh... Könnte ich nicht das Sub-Assembly des... Gili-Landers... Prinzipiell... Ist jetzt halt nicht so gemacht... Aber ich könnte das doch hier drauf setzen... Lass uns das so tun... Ich muss den dann nur nochmal anders bauen... Dann können wir das nämlich vervierfachen... Dann haben wir auch 4 E-Flander... Schönen guten Abend... Noch dir... Treib mich selbst in den Ruinschlappe... Oder gute Nacht... Oder was auch immer du jetzt noch so treibst... So... So... Jetzt müssen wir nochmal gucken... Ob der E-Flander... Hier irgendwie... Halbwegs performt... Er leckt auf jeden Fall sehr stark... Ach du Scheiße... Ich weiß nicht was das mit dem Spiel gerade macht... Nein... Ich weiß nicht... Wie wäre mein... Oh mein Gott Und es ist nicht sauber attached Auf die Decubbler Richtig geil Oh Mann Es bewegt sich einfach nichts mehr Sobald ich in Kontakt mit den Decubblern komme Der das berechnen will Keine Chance Ist einfach vorbei Oh Mann Verdammt Angst Das ist gerade nicht das was ich brauche Der geht auch nicht sauber an den Decubbler ran Er setzt nicht sauber auf den Decubbler auf Da habe ich jetzt echt ein bisschen Schiss Dass der Sitzt der auf dem Decubbler oder nicht Gute Frage Da scheint aber drauf zu sitzen Eieieieieiei So Zack So jetzt gucken wir mal Wenn ich es hier abnehme Und dann vervierfacher Ob er wieder so ausrastet Komplett Das geht 23.000 ist halt eine Ansage So Das hätten wir 322.000 Jetzt schon Da ist noch gar keine Rakete drunter Wenn das Ding explodiert Habe ich ja richtig gewonnen Autostrad Und wir alle beten und hoffen Wir alle beten und hoffen So Jetzt müssen wir nochmal zurück Zur Thematik Wo machen wir das denn Ähm Und Guu rediemt sich seinen eigenen Körbel Dankeschön und Gu Und äh Bestimmt zu nisch Viel Spaß mit deinem neuen Körbel Äh Ich muss bald mal upgraden Aber wenn ich das so sehe Äh Wie viel Kohle hier noch steht Und wie viel die Mission nach Eve jetzt gleich kostet Oh Gott oh Gott oh Gott Wo rutscht der hin Ich rutsche so langsam Unter den Tisch drunter So unter den Tisch drunter So Wenn wir das jetzt so machen Äh nee Einer reicht mir So Die Körbelliste wächst Und wie die wächst Die wächst Und wächst Und wächst Äh Zack Dann können wir da nämlich sogar noch Ein Laserinstrument anbauen Ist eigentlich gar nicht schlecht So Oh ich hoffe ich kriege das gestartet Ey Wenn ich den Start verhaue Das wird richtig teuer Leute Aber so richtig richtig teuer So Jetzt müssen wir rerouten Dahin Zack Dann kann das dann nämlich weg So Dann ist das neue Sub-Assembly Sekunde Nachdem ich noch ein Sehr wichtiges Wissenschaftliches Instrument Angebaut habe Das mit den Lasern Wo ist er Da Ja Das sieht gut aus Wenn der Start schief geht Dann bin ich aber auch Instant bankrott Ey Ei 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 Gilly Länder ist das Zack Delete So und dann machen wir ein neues Sub-Assembly jetzt Ab dem Dockingport Zack 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 Gilly Minus Lander Entstand nicht Was ist denn mein Ey Ja Freunde No pressure Ne Cancel No pressure Das wird schon alles Irgendwie klappen Hoffe ich zumindest So jetzt müssen wir das noch An das EVE Raumschiff Ranbasteln Dann kostet die Mission Wahrscheinlich schon 400.000 Wenn ich das so richtig sehe Mal gucken Die Science Instrumente Sind halt alle richtig teuer Muss ich sagen Richtig richtig teuer Noch nicht ganz 400.000 So das würde ich jetzt mal So richtig strutten Also mit echten struts Aus einer strutfabrik Damit das auf gar keinen Fall Sich aufschwingt Ändern eines einzelnen Modes Was bringt das Ich habe keine Ahnung Ich weiß es wirklich nicht Einfach mal ausprobieren Ich habe es noch nicht gemacht So jetzt müssen wir mal schauen Ähm Ich habe jetzt natürlich noch Ähm Das Thema Bei mir so ein bisschen Dass ich gesagt habe Jo Und es wäre noch relativ cool Ein paar Relaysertedien dabei zu haben Ähm Das mache ich jetzt Auf eine sehr sehr preiswerte Art und Weise Weil mir sonst langsam echt Wie die Kohle ausgeht Ähm Wir machen erstmal einen davon Und vervierfachen den dann Also Wir machen einen sehr sehr simplen Relaysatelliten fertig Hoffe ich Äh Ich hoffe dass der sehr simpel wird Sonst habe ich ein Problem Und halt auch nicht teuer Also vor allen Dingen ist er billig Es geht gar nicht um simpel Es geht um billig Ich möchte einen sehr billigen Relaysatelliten Zack Ähm Winziges Triebwerk Zack So Zack Haben wir sowas kleines Kommanden Control mäßiges Ich befürchte nicht Naja nur dieses Verbackte Ich zeig dir Dass meine Komischen LEDs Irgendwo anders hängen Okay das heißt Wir nehmen einen von denen Weil die glaube ich Talk mit drin haben Ja Dann nehmen wir noch den Hex Der ist glaube ich ein bisschen besser Als der Octo Der hat nur SRS Und der hat glaube ich schon Pro und Retrograde Ja Nehmen wir den Wie gesagt Ich habe nicht gesagt Dass das ein hübsches Raumschiff wird Ich habe nur gesagt Das wird ein Relay So Ich glaube Dass das nicht funktionieren wird Aber gucken Kostet ja nichts Glauben nicht Dass das klippt Ja Tut es Ist aber auch nicht so wild Ähm Denn Das hier ist auch eine Relay Antenne Und die tut alles Was ich möchte Für weniger Geld Und weniger Aufwand So Und dann nehme ich noch Aus der Zauberdose hier Die zwei kleinen Solarpanels Mit Batterien Das sollte dann Eigentlich reichen Ah Gott Ah Gott Ah Gott So Davon nehmen wir uns jetzt einfach Vier Stück mit Und freuen uns des Lebens So So Länder 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 So Jetzt sind wir aber auch schon bei 40 Tonnen Das wird Eine Hausnummer auf jeden Fall Ich glaube wir brauchen uns ja heute um So alberne Dinge wie Recovery Nicht so viel Sorgen machen Können wir auch mal gucken So Newton Lauscher Stage 2 Ich denke nicht Oh Wir haben das Part Limit gesprengt Shitty Ah Ich habe immer noch ein Part Limit von 255 Und ich kill es gerade das erste Mal Und zwar schon seit längerer Zeit Tja Freunde Ich bin 20 Parts drüber Und ich brauche noch eine Rakete Also ich glaube das einfachste was wir erstmal reduzieren können sind die Dinger hier auf 2 So das war bei Hä Wir sind immer noch bei 200 Walla ist U-Stelle doch 4 Okay Aha So Dann sind wir bei 256 Sind wir bei 224 Huch Da sind noch ein bisschen Bisschen Reste vom Länder drin 222 Das wird immer noch relativ knapp Also ich glaube die Stage 2 kann ich mir trotzdem noch klemmen Ich glaube selbst die hat schon zu viele Teile Naja Noch nicht ganz So hätte Im Vakuum auch sage und schreibe Nee oder 156 Das können wir einfach knicken Ich brauche was sehr Einfaches Was ich hier mit sehr wenig Bauteilen jetzt umsetzen kann Auf jeden Fall ein Payload Ferry ein guter Platz drin ist Kann ich das 2,5er noch nehmen? Das wäre prinzipiell sehr sehr schön Ja Das klappt noch Okay Also wir können mit dem 2,5er Payload Ferry arbeiten Zack Jetzt müssen wir mal gucken Dass wir im Part Limit bleiben Ähm Heißt Wenige große Teile lieber nehmen Oh das wird richtig schlecht zu fliegen sein Oh das wird richtig schlecht zu fliegen sein 10192 ist schon mal eine Ansage Für eine Upper Stage 30 Parts Glaub ich neben dem größeren Tank Ähm Vielleicht will ich auch einfach echt zu viel aus der Mission gerade Ich überlege ob ich die Dinger hier kürze halt Vielleicht sind die Bodenexperimente halt einfach der Tropfen zu viel Am Parts Wie kann ich denn das raus? Ich glaube das ist einfach zu viel gewollt Kürzen wir das auch ein paar Teile So Das gibt uns ein bisschen Luft Was die Bauteile angeht Und macht Probes auch einfacher Weil das ist Das ist einfach zu viel mit den Robotics und allem drum und dran Einfach too much So Sekunde Gut Jetzt haben wir 2074 Meter pro Sekunde Hier am Start Mit einem okayisch dimensionierten Triebwerk Äh Fine for me Dann brauchen wir als nächstes Ein 2,5er 2,5er Die Körbler So und jetzt Kommt wieder Weil ich werde ein paar Teile brauchen Für die Rakete Das ist mir mittlerweile ziemlich klar Das wird Nicht einfach so gehen Und es wird vor allen Dingen auch leider teuer werden Glaube ich So Jetzt Schalten wir das hier mal um Auf C-Level 1,04 Ich bin überrascht Damit lässt sich ja vielleicht sogar ein bisschen arbeiten Wir machen das klassische Flüssig-Booster-Schema Das müsste mit Skippern gehen Wenn ich alles täuschen müsste Das mit Skippern funktionieren 1,28 ist ausreichend So Jetzt brauchen die noch Hütchen Jetzt seht ihr auch Warum ich die Teile brauche Das wäre sonst mit 30 Hätte das glaube ich nicht hingehauen So Wir brauchen auf jeden Fall 4 Verbindungen Rüber Zack So Die 1,04 wird dann natürlich auch schon ein bisschen besser sein Weil wir schon ein bisschen aufgestiegen sind Ähm Ich denke mal das passt ganz gut Zack Haben Feststoff-Booster überhaupt noch eine Bedeutung Ich finde schon, dass sie eine haben Also Die sind jetzt nicht sinnlos oder so Aber in dem Falle Durch dieses Crossfienden Oder durch dieses Tanks Nach innen weitergeben Ähm Kann man halt einen schöneren Effekt nochmal erzeugen Weil das mittlere Triebwerk quasi noch Mit einem Mit einem komplett Vollen Tank startet Während der Rest Tatsächlich Äh Bei den Feststoff-Boostern hast du halt tatsächlich ein leerlaufendes Triebwerk Ähm Also was dann einfach kein Kein Sprit mehr hat Was dir natürlich in dem Moment recht wenig hilft Weil du sehr viel Delta V auf dem Weg schon aufbraust Und hier hast du halt einfach die schöne Möglichkeit Dass quasi Ähm Das Triebwerk an sich Das Mainsail Läuft Auf den äußeren Tanks mit Und Dadurch hast du halt den Vorteil Dass der Dann quasi leer ist In dem Moment noch Quasi So Zack Damit sollten wir eine sichere Abtrennung haben Und dann packen wir uns noch ein Leitwerk mit ein Um Um Die ganzen Geschichte Ausreichend Glück zu wünschen Und was ich aus den letzten großen Raketen gelernt habe Es scheint gerade wieder so ein Thema zu sein Dass man sich Potenziell aufschaukelt Selbst Stratte ich die jetzt einfach mal ganz stumpf zueinander Damit da nichts passiert Und da die Rakete recht länglich ist Also ich werde diesmal viel strutten einfach Weil wenn mir das Ding um die Ohren fliegt Das kann ich nicht so oft probieren So So weit kann ich gehen So weit gehe ich dann auch So Sehr schön Dann können wir hier noch einen Autostrat setzen So Aber ich bin kein Freund von so ungleichmäßigen Stagings Einfach weil das Für mich dann ein bisschen zu weit ab von echter Raumfahrt ist Weil Was du halt hast Sind so Booster Wo durchaus mal vier Booster oder sowas wegfliegen Aber so wo ein Booster nach dem anderen ejectet wird Mir ist zumindest keine Rakete bekannt Und wo das mal jemand erfolgreich gemacht hat Und es wird Gründe haben Und deshalb Empfinde ich hier halt eher so das Sojus-Prinzip ein bisschen nach In letzter Instanz Und werfe die dann alle gleichzeitig weg Zumal es effizient genug ist So Bla 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 Lange Rede Kurzer Sinn Das sind schon mal 3.400 wegs 1.600 übrig Bla 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 Ein bisschen Verschnitt reicht Um nach Eve zu kommen Ja Am Starttag Das heißt wir schießen das Ding jetzt mal in Orbit Habe ich hier Solarpaneele dran Solarpaneele habe ich dran Bla 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 Habe ich noch genug Teile um Jetzt ist die Frage Leute Wäre schon ganz cool wenn man es hätte oder Also erstens Ich brauche hier noch eine Antenne An den Dingern Das hätte ich beinah vergessen Ich habe sie abgebaut Ich brauche eine neue Weiß nicht ob das funktioniert Kann man die irgendwo rein stopfen noch Schwierig ne Ein bisschen Schiss was das Thema angeht Muss ich zugeben Weil Obstruation von Den Dingern versteht ihr das Ich habe wirklich Pipi in den Augen Was das angeht So wir haben da Eine Batterie Wir haben da Dings Okay Zack raus Zack auch erstmal raus Batterie rein Bei Batterie rein sage ich schon Antenne rein Vielleicht können wir die Das Solarpaneele Auf überaus mystische Art und Weise Auf diesem Science Container festmachen Und zwar so dass es bei Geöffnetem Zustand Sauber aus der Lücke raus geht Ich denke das So können wir alle damit leben oder Weil eine Batterie habe ich ja unten Ich habe ja inline eine verbaut So dann haben wir nämlich immer noch Stromerzeugung Aber wir haben eine versteckte Antenne Die den Wiedereintritt überlebt So 221 Jetzt kommt der schwierige Part Wird es reichen Vier Relaysatelten wären natürlich super So wir haben aber auch immer noch genug Detail um zu starten Trust Rate Ratio Ja Haben wir Ich habe bestimmt irgendwas richtig wichtiges vergessen Also die ganzen Bodenexperimente finden halt nicht statt Und wir bezahlen 345k für die Rakete Ordentlich ordentlich Ich hoffe das ist es wert Ich hoffe wirklich das ist es wert Auf geht's Probecoast drin Antennen sind drin Dockingport ist drin Das Ding hat ein Reentry Teil Das kommt auch noch ab Blablabla Blablabla Hab ich irgendwas vergessen Ich habe bestimmt irgendwas vergessen Bestimmt irgendwas richtig Schlimmes vergessen Aber es ist halt einfach so Let's do it Let's do it Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich warte eigentlich nur darauf Dass es lädt und eine riesen Explosion gibt Ehrlich gesagt Weil so nah am Teil Limit Habe ich glaube ich bisher noch nicht gebaut In diesem Safe Game Mal gucken Und dann kommt noch die große Frage Wie sie sich fliegt Das ist ja nochmal ein anderes Thema Der Clipfinger ist bereit Ja Ich werde wahrscheinlich einfach nur Geschockt zugucken Wenn sich das Ding jetzt plötzlich zerlegt Oh 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 Okay Es hat sich nicht sofort zerlegt Das ist schon mal viel wert So und das ist auch die richtige Stage nachher Ja Das hier ist nicht so gut in der Kombination Da sind wir uns hoffentlich auch einig Zack So Ferrying ist aber cool An sich Okay Wurde schief gehen oder Muss ja Ich hasse es Wenn das Spiel kurz nachdenkt Ob es explodieren will Oh der zuckelt Zum Glück ist das alles gestartet Der zappelt richtig Die hätten sich richtig aufgeschaut Mit der Wüste Ja ich merke das an der ganzen Rakete Seht ihr das wie das ganze Bild Erschüttert wird Die ganze Rakete sagt Ich will nicht Ich will explodieren Das ist seitlich ein Booster Ganz groß Aber wir sind unterwegs Trustradio schon entwickelt sich Glänzend Ich gehe in den Gravity Turn rein Hast du den Gimbal aus dem Booster genommen? Ne habe ich tatsächlich nicht Aber jetzt ist es ein bisschen spät dafür Ich habe das aber in letzter Zeit öfter auch gehabt Selbst wenn der Gimbal raus ist aus dem Booster Dann schaukelt man sich halt irgendwie massiv auf Deshalb strutte ich die einfach direkt mit Dann ist es auch egal Dann können wir auch Gimbaln und alles Weil sie untereinander gestruttet sind Und sich dadurch so ein festes Gerüst ergibt Weil das ist der Trick Quasi vierfache O-Modeln zu strutten Weil sie dann nicht vibrieren können Weil sie sich halt gegenseitig stabilisieren Mit so einer Vier-Explosion Das ist nicht schön Aber es funktioniert halt So Wir kommen Richtung Booster Sepp Ja genau Also ich meine Das Zeug ist jetzt wirklich Das ist ja in alle Richtungen Da gestruttet Da gestruttet Hier gestruttet Also die Kiste ist Wirklich 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 Mr. Autostrad Unten ist der echte Strut So Das war ein bisschen mutig Das im Flug umzustellen So Wir sollten gleich Ende der Booster haben Weg mit dem Booster Es ist laut Aber es funktioniert So Sieht sehr gut aus Okay Wir müssten jeden Moment auf Orbit umschalten Hier mal ein bisschen Schwung raus Sieht sehr gut aus Ich gehe jetzt sogar noch ein bisschen flacher Als das was er mir hier sagt Wir haben eine sehr gute Trust-Wert-Ratio im Moment Und noch ausreichend Delta V Um einen Großteil dieses Orbits zu fliegen Ich mache noch nicht auf Bei 50 Kilometer mache ich das Fernsehen auch So Das ist jetzt der Fall Nein Ich voll Idiot Ich voll Idiot Ich habe gerade Staging versaut Ich lasse mich mal noch ein bisschen schieben Falsche Reihenfolge des Stagings Da muss ich kurz wieder fangen Soll das so? Das erste Fall Wenn es schief gegangen ist Noch ist okay Aber ich bin mir nicht sicher Ob die Geschwindigkeit schon genug ist Tatsächlich Das noch gerade zu ziehen So Ah verdammt Ich wollte das Firing aufmachen Das wollte ich eigentlich tun Ich habe dabei aber Ein bisschen was vergessen Um es mal vorsichtig zu formulieren Ach verdammt Keine gute Anzeige Aber was ist hier los? Sagt mir nicht Oh hier ist glaube ich auch ein Fehler dazwischen Ich glaube hier ist auch Wohl eigentlich Jetzt passt So Da ist aber der da Lass dich nicht Lass dich nicht von dem Ding hier aufhalten Welche Tankslau sauge ich? Ich lade gerade leer Bediene ich mich irgendwo anders? Ich bin noch nicht ganz sicher Was hier los ist Ich muss gleich mal schauen Was das hier alles bedeutet Irgendwo Ich habe das Gefühl Ich crossfeder irgendwoher Fuel Aber es scheint nicht Der Fall zu sein Die Engine Plate müsste das eigentlich sogar dekappeln können Also ich kriege das auf jeden Fall in den Orbit geschoben Mir ist nur gerade nicht ganz klar Wie viel Delta V ich wirklich noch in der Stufe drin habe Das können wir im Zweifelsfall hart dekappeln über Hitze Also ich würde jetzt erstmal davon ausgehen Dass das hier funktioniert Auch wenn das Staging massiv schlecht war Und Jack Incredible Von der Nummer Und ich glaube Das richtigste hier haben wir über 2000 Das glaube ich ihm nicht Das ist viel zu viel Also irgendwas stimmt da nicht Mit den Anzeigen Aber ich weiß auch nicht genau Wie viel es ist Die Frage ist jetzt Was machen wir draus? Ist auch relativ effizient Gut was machen wir draus? Wir machen auf jeden Fall Jetzt den nächsten Start Um die zweite Probe damit zu verheiraten Ja und dann wäre noch so die Überlegung Refuelen wir das in dem Zuge hier? Refuelen wir das in dem Zuge oder nicht? Ich überlege tatsächlich das hier im Erdorbit Im Erdorbit Im Köppenorbit neu zu betanken Weil ich einen Großteil dafür schon fertig habe Lasst mich gleich nochmal gucken Wie wir das machen Pass mal auf Wir haben doch Wir haben doch Wir haben doch Wir haben doch Oh Einen Winter für den Start bekommen Okay Ich hatte nur die Fail Diskussion gesehen Das ist heute der Masterplan Oh Kaspi wollte Oh da ist Kaspi wieder Gerade mal hat es gesagt Ich bin abgestürzt Aber hat sich dann direkt wieder gefangen Okay Also Du bist zu groß Aber Nee Aber nix Neue Rakete Ähm Was wäre denn Was wäre denn Wenn wir ein Wir haben doch auch so Zweisitzer Kapseln Mittlerweile Na Eine schöne Zweisitzer Kapsel Die kaufen wir uns jetzt gleich mal Ich überlege gerade Ob ich die Making History Habe ich habe doch Da ist sie 1,5,6 1,5,7 Können die hier eigentlich nehmen Das passt schon So Jetzt Lass uns mal folgendes tun Ähm Diese Rakete Bekommt Natürlich Ein Heatshield Der Bekommt natürlich Überweite nicht so viel Erblätter rein Wie er gerne hätte Because Reasons So Ähm Die Kiste bekommt Oben drauf Einen Junior Docking Port Zack So Und sie bekommt Mannigfaltige Fallschirme Damit wir uns nicht Irgendwie Den Tag versauen Beim Wiedereintritt Namentlich zu So Was ist heute der Masterplan Ähm Wie gesagt Da wollte KSP-Lot abstützen Das hat mich irgendwie abgelenkt Ähm Wir wollen Eine Eve Schrägstrich Gilly Mission Vorbereiten Also hauptsächlich Eve Nebenmission Gilly Und die Gilly Probe Müssen wir jetzt noch abliefern Ähm Die ist hier aber auch schon Fertig gebaut Die müssen wir nur noch Als Subassembly Quasi oben Nur noch draufstecken Und einmal in den Orbit fliegen Totally not Übertrieben So Ähm Hierzu sind mir noch Ein, zwei Sachen Eingefallen Irgendwie so brühwarm Erstens RCS für Stocking Aber Kann man natürlich auch ohne machen Äh Zweiter Punkt Können natürlich auch einfach sagen Wir nehmen die Dinger hier Na Burner Engines Vier Stück Und skalieren die ein bisschen runter Was ist das Eine Eine Motor Für Ameisen So Weil dann kann der Wenn er möchte Einfach In Sprit arbeiten Da müssen wir nicht noch Tanks dafür erfinden Pitch Wohl raus So Äh Hier Strutten wir einmal zwischen Wohnt wie schwierig ist Gilly Gilly ist ein Äh Mond Von Eve Ähm Das Problem bei Gilly ist eher Dass er sehr 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 geringe Schwerkraft hat Also eigentlich ist Gilly an sich relativ einfach Ähm Man muss halt ein bisschen gucken Dass man halt eher nicht Also man muss sich eher darum kümmern Dass man nicht wieder wegbounced Von Gilly Weil Zu schnell gerannt Bis zum Orbit Äh Welchen Akzent wollte ich machen Ich weiß gar nicht welchen Akzent ich machen wollte Auf jeden Fall Hat es nicht geklappt Äh Wenn du so fragst Weiß ich Ist das eine Ich glaube das Das sollte italienisch sein Warum auch immer Ich kann dir den Kontext selber nicht wiedergeben So ein bisschen Mafiosi Äh Verärgertes Mafiosi Dings Dass das einfach so nicht funktioniert Keine guten Betonschuhe oder sowas Um alle Klischees mal zu befüllen Oder erfüllen So Jetzt nehmen wir ein In dieser Größe Macht das Sinn Ich weiß es nicht genau Mal gucken Was dabei rumkommt So Wenn wir damit in der Gegend rumfliegen Haben wir 1300 Delta V Das ist doch An sich Eine gute Sache So Jetzt Genau Nicht aus der Umlaufbahn zu kicken Genau So Was wir jetzt noch mitnehmen ist Das Ding Ist doch Habe ich jetzt gelernt Dockt mit einem Kleinen Dockingport So Was ich jetzt gerne machen würde Ist Quasi eine Betankung vorzubereiten So So Ähm Reicht dir? Ich hoffe dir reicht Inventory Inventory Junior Dockingport Der kommt an die andere Rakete ran Das reicht locker Sehr schön Schraubokopter Wir machen das jetzt quasi mit Körbels schnell mal alles ordentlich Äh ich muss kurz aus dem Mikro raus Wie gesagt alles nur Copyright Verstoß Vermeidung Gegen Benjamin Blümchen Weil wegen Rüsselgeräusche und so So Zack Echt du kannst mehr Monde im Körbelsystem aufzählen als in unserem Sonnensystem? Nein In unserem Sonnensystem gibt es voll viele Das ist doch eigentlich total einfach Du hast Äh Du hast glaube ich eine ziemlich hohe Anzahl Einfach auch schon an Saturnmonden Mit dem man ziemlich gut durchgehen kann Ähm Du hast ja erstmal den normalen Mond Was hast du dann? Du hast Titan Du hast Enceladus Du hast äh Pandora Tavos Ist Tycho ein Mond? Ich bin mir gerade nicht so sicher Tycho müsste auch ein Mond sein, oder? Oder ist das ein Asteroid? Und 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 Also wenn du mit den Saturnmoden arbeitest Äh Ich glaube da gibt es 30 Plus von Äh dann genau Phobos und Deimos Äh von Vom Mars Ähm Dann hast du haufenweise Jupitermonde noch Also ähm Ich glaube Mit ein bisschen nachdenken Kommt man ziemlich schnell Auf mehr Äh Monde bei uns Im Sonnensystem Als äh Als äh In Im Kerben System Ungemoddet Wohlgemerkt Ungemoddetes Kerben System So lass uns Zwei davon mitnehmen Ich glaube die braucht es eigentlich nicht So und dann noch ein paar Lüsen Die kleinen Weichen dafür auch Und last but not least noch ein bisschen Strom So und dann können wir das eigentlich mit unserer 0815 Rakete schicken Oder Hätte ich jetzt bedürft Äh 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 De Furia Vielen lieben Dank Für den Resub im zweiten Monat Dankeschön Äh Und sorry Dass ich heute so ein bisschen rumschneuze Jupiter sind inzwischen über 70 Monate Wobei man glaube ich bei Jupiter auch langsam mal anfangen muss Darüber zu diskutieren Ab wie viel Größe der Kartoffel Äh Wir noch darüber reden Dass es ein Äh Dass es ein Mond ist Aber ja So wollen wir die Äh Neue Stage 2 Äh Die neue Stage 1 Nochmal testen Ähm Zwecks Zwecks lernen sie zu landen Hätte jetzt fast gesagt Ja Wie schwer ist das Ding 14 Tonnen Das sollte eigentlich ganz gut passen Jörg Selters Vielen lieben Dank fürs Follow Und ganz herzlich willkommen Bei den Körnern Wir haben heute noch ein bisschen Recovery Action mit dabei Unabhängig davon ob es funktioniert oder nicht Das ist ja eine ganz andere Frage So Zack So das müsste die neue Variante sein oder Ja Die neue leicht übertriebene Variante Die nicht mehr so gut bremst Haben wir gelernt Okay So und hier brauche ich jetzt einen Piloten und einen Ingenieur Neo Eine ungetestete riesige Rakete wartet auf dich Was sagt man da Ich will mit Antrags fliegen sagt man da Alles klar Habe ich so umgesetzt Gerne doch So Trust Weight Ratio am Start Liegt bei Null Quasi So Das Ferry sollte man da vielleicht noch nicht öffnen Zack So erstmal sieht es doch gar nicht schlecht aus Da machen wir 1,72 Schub Mit Gut Delta Vs So dann sollten wir natürlich Wenn wir das nächste Triebwerk zünden Dringend Gewicht loslassen Zack Zack So Das passiert hier oben noch Dann passiert irgendwann das Ferrying Diesmal aber In korrekter Reihenfolge Please So Dorfdruck Vielen lieben Dank für den Resub Im 6. Monat Willkommen im Club der Silbernen Raketenträger Das klingt Sehr falsch wie ich sage Aber Du weißt was ich meine So Zack Was ist das hier? Ich weiß es nicht so genau Und Bobomir Vielen lieben Dank Fürs Follow Zack 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 Ich glaube soweit ist es okay So Äh Ja Let's do this Lasst uns zuschauen Dass wir das Ding Ordnungsgemäß In den Orbit transportieren Und diesmal vielleicht landen Ohne es kaputt zu machen Mal gucken Ich muss nochmal ganz kurz Shutdown Dieser 4 Okay Das kann ich mir überlegen Für ganz zum Schluss Also das ist auf Light Und Big Bo Macht die 25 Monate voll Hervorragend Hervorragend Ich glaube du hast es noch nicht Oder? Falls nicht Lass es mich wissen So Auf geht's Meine Was Was kann Wohlmöglich schief gehen Auf geht's Haben wir es vergessen? Ich habe ein bisschen Schiss Weil ich gerade den Start so versaut habe Aber eigentlich Müsste es passen Eigentlich müsste es passen So und ich merke auch Jetzt ist so langsam Auch die Schallgrenze Wo ich merke Dass ich bald mal ins Bett möchte Also ich werde das Ding Jetzt noch starten Ähm Und die Landung Der Booster Stages machen Und dann ist für heute Glaube ich auch Schluss Ähm Einfach damit Damit ich noch ein paar Stunden Ganz gut pennen kann Bevor meine Woche auch startet Damit sich so der Rest Noch ein bisschen Äh Aus meinem Körper Lösen kann Was da noch so rum Wabert Ich denke mal Dann sind wir Nicht ganz glaube ich Eine Stunde Eher fertig als sonst Ich glaube das ist ein fairer Deal Im Gegensatz zu Stream fällt aus Weil Mellergrippe So Aber jetzt gucken wir erstmal Dass wir den Start hier Sauber über die Bühne bringen Mit unseren zwei Schweren Nüttern an Bord Damit die Dann alles für den Ghillie Start Noch vorbereiten können Und die Idee wäre quasi Hinten dann Den Kleinen Docking Port An der anderen Rakete Anzubauen Und seitlich mit dem Tankrüssel Äh Anzudocken Direkt am Tanken In der Hoffnung Dass wir da noch ein bisschen Was auftanken können Ach der Herr Simulant Hat keinen Spaß mehr Ja genau Keine Lust mehr Ja alles gut An Lust liegt es nicht Aber Let's do this Ich muss aber ganz kurz Wartet bevor Ich brauche Gleich habe ich sehr lange Die Hande voll Jetzt aber Sollte ein ewiges Mikro an und ausschalten Okay Antrags Neo Ich hoffe ihr seid Vorbereitet auf das Was ich mit euch vorhabe Los geht's Das dreht sich ein bisschen Jetzt erst mal mit Vor den Holz So Das ist ein bisschen panisch Weil das ist natürlich Sehr viel Trust Rate Ratio So ich denke Der kritischste Part Ist vorbei Ähm Wir haben Antrags Und Neo Auf einer Höhe Wo man Gewissen sagen kann Wir können jetzt auch Abbrechen Ähm Und sie mit den Fallschirmen Wieder runterholen Also ich glaube Soweit sind wir erstmal Safe Das ist noch ein bisschen Höhe Kommt gerade relativ Viele Signale von der Rakete Dass der Atmosphärische Druck Ehr ein bisschen Too much ist Zu storisch im Moment Es vergeultet jetzt Relativ viel Fuel Aber Das hat so Ich glaube das sieht gut aus 2 Minuten 30 Nehme ich als goldene Marke Zack Aus Und weiter geht's Next stage Voll frei So Wie geht das Feld Wirklich aufmachen Diesmal Ohne uns umzubringen Hier schon mal alles Vorbereiten Dass wir nicht Mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen haben So 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 Vereinsamt dann Körben noch auf der Station Um Körben Er vereinsamt nicht Er hat heute neuen Besuch gekriegt Aber er wohnt da noch Ja Euphor Er wohnt da noch Er hat aber heute neuen Kollegen In der Wissenschaftsbase bekommen Weil der nicht mehr wollte Wir haben heute Ein Personalwechsel durchgeführt Aber Euphor hält noch durch Euphor ist noch Frisch Sobald er aber auch Keinen Bock mehr hat Ich glaube so ewig lange Ist das auch nicht mehr hin Doch Eigentlich geht's dir noch ganz gut Du bist Ah Homesickness Das ist ein Thema für dich Für dich und Hugo Keine Sorge Ihr müsst da nicht für immer bleiben Vielleicht eine Weile Aber nicht für immer So Jetzt schauen wir mal Was die andere Rakete so sagt Die andere Rakete sagt Sie ist noch nicht ganz An der Spitze Ihres Ihrer Steigung angekommen Ähm Ich würde hier jetzt Erstmal kurz Den Stöpsel ziehen Glaube ich Jetzt ein bisschen Zeit Und Ab zum Booster Bringen wir ihn nach Hause Let's bring him home Mal gucken wie gut das klappt So Äh Mal gucken Die letzte Landung war ja so Mittelgut Netflix auf der Station Ja Wir haben ja Antennen und so Ne So RCS an Retrograde an So wir werden ein bisschen Burnen müssen Denk ich mal Ja Müssen wir Jetzt können wir auch schon mal deployen Schade zumindest nicht So Schauen wir mal Also Ungefähr das Space Center Jetzt wird sich natürlich noch alles ein bisschen weiter drehen Und 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 Ich denke Wieso ist es ein fairer Deal Müssen wir noch ein bisschen nach Norden steuern Ich habe es das Gefühl Als ob Das nötig wäre So jetzt lass uns hier Vor allen Dingen retro gehen Wo fällst du schon Okay wir sollten jetzt der Kiste noch mal ein bisschen Schwung mitgeben Weil jetzt kommt der Booster gleich runtergefallen Und dann sollten wir wieder da sein um ihn aufzufangen Und bis dahin muss ich mir noch ein bisschen Zeit kaufen Also zurück zur zweiten Stage Mit der wir unseren Orbit weiterziehen Jetzt auch in flach hoffentlich Bringt das Booster Recoveren wirklich so viel Ja vor allen Dingen macht es halt Spaß Das muss man schon sagen Und ja es bringt doch einiges Wir hatten letztens einen Booster Also gerade dieser Booster Der da gerade runterkommt Wenn wir dem die Triebwerke Also wenn wir von dem die Triebwerke zurückbringen können Reden wir halt ganz schnell über Oder gute 100k Die wir da recoveren So Mal schauen Oh wir sind relativ langsam Muss ich sagen Ich bin erschrocken Ich bin erschrocken Wie langsam wir sind So Was sagt die Höhe von unserem Booster 40km Noch geht's Aber ich muss langsam ein bisschen Nase hochnehmen Zwecks Zeit Was für den Verbrauch Oder die Effizienz des Fluges tut Aber Zweifelsfall gibt's da kein Second Stage Landing Weil ich da relativ unbesorgt bin Dass wir das hinkriegen Ein bisschen mehr Zeit Einfach nur ein bisschen mehr Zeit 95 Alles gut Das wird eine ziemlich knappe Nummer Was das angeht So Reicht uns eine Minute? Wahrscheinlich reicht uns eine Minute nicht Aber jetzt geht's halt auch recht flink Okay Das muss jetzt erstmal reichen So Zurück zum Zum Lander Und dann hoffen wir mal das Beste Also ich hab alle Triebwerke an Ich hab die Airbrakes draußen Ich kann aber auch nur beten und hoffen Dass das funktioniert Schauen wir mal Den hab ich noch nicht erfolgreich gelandet Die neue First Stage Da hab ich mich letztes Mal sogar Ziemlich heftig verkalkuliert Muss ich sagen Ich bin sehr gespannt Ich bin sehr gespannt Mit den fünf Triebwerken an Müssten wir jetzt eine andere Toleranz haben Auf jeden Fall Ich komme So Da sind meine Da sind meine Suicide Burn Werte Aber ich glaube ich komme ins Wasser runter Ärgerlich Das ist auch super ärgerlich Ich glaube ich kann ihn Suicide ein bisschen überreizen Ich geh mal so auf minus drei Sekunden Shit Ah ich hab das Plasma Ding vergessen Ah verdammtes Plasma Ah wir waren auch schon weg Ich hoffe das reicht noch Könnte funktionieren Muss nicht Könnte aber Nee Ah hier ist halt einfach echt Der Plasma Blackout ein Problem Der Plasma Blackout ist echt immer noch ein Problem Ja okay Lass mich mal kurz bitte zum anderen Fahrzeug zurück Der Plasma Blackout ist echt ein Problem Es hätte nicht viel gefehlt Also wir hatten relativ viel Schub Ich hätte es fast bremsen können Die Frage ist ob man vorher einen Bremsschub gibt Wahrscheinlich muss es sein Wahrscheinlich muss ich vorher Wahrscheinlich muss ich vorher Einmal anbremsen Um dann später die Bremsung zu machen Weil ich dann nicht ganz so lange im Plasma Blackout drin bin Ja Plasma Blackout ist echt ein Thema Weil ich kein Kein Automatisierungstool in irgendeiner Form habe So wir sind gerade auf der Apo Absis Also trifft sich auch gut Ist punktgenau auf meinem Ziel gelandet Ja das ist schön Das ist doch hervorragend Ganz hervorragend Auch wenn wir damit jetzt viel Geld im Meer versenkt haben Aber es ist halt einfach so Das ist halt einfach so Ah ich glaube ein paar mehr Airbricks werden es halt auch nicht reißen Die Kiste ist halt einfach echt zu schwer Muss man sehen Muss man sehen Wir machen jetzt erstmal mit der Stage noch weiter Ich bin mir bei dem neuen Booster noch nicht so ganz sicher Was da die Antwort ist Ich glaube er darf nicht ganz so steil reinkommen Wie er das gerade getan hat Muss ein bisschen flacher sein Ja aber muss man sehen Muss man wirklich sehen So jetzt haben wir hier wieder Kontrolle Los geht's So wir sind fast im Orbit Mit der Kiste So delivered Jetzt kann er hier die Kappeln Und sich um seinen Scheiß kümmern Und er Kann vorsichtig weiter fliegen So das Ding ist jetzt unterwegs In Richtung Äh wo ist er E-Mission ZS Target Was hat der so 80 und 76 Ja ich glaube Da können wir mal wieder ein bisschen runter bremsen dann Aber ist ein anderes Thema Machen wir nächstes Mal Jetzt landen wir das Ding hier noch So gut wie es geht Mal gucken was noch drin ist 981 Meter pro Sekunde ist nicht ganz schlecht Um es mal so zu sagen Ähm Ich überlege gerade wie wir es machen Ich glaube Warp hier wäre eine gute Maßnahme So dann landen wir das Ding noch an Und dann Haben wir es hoffentlich Ich glaube 981 Meter pro Sekunde ist Knapp Aber Vielleicht reicht es ja Mal sehen Mal sehen So ich hoffe Tue mich nicht zu sehr Irgendwie sowas Mal gucken wie es diesmal läuft 700 Meter haben wir noch So Retrograde sind wir schon Retrograde Surface Bremsen auf Und Zeitreffer an So landen vor Schöne gute Nacht wünsche ich dir schon mal So Hier kommt es Booster Ich glaube diesmal sind wir tatsächlich Zu weit draußen Aber mal sehen Das ist ja nichts was man mit ein bisschen Bremsen nicht lösen könnte Komm ein bisschen zu seitlich rein Vielleicht ja was für die verdammte Insel Aber ich glaube die Oh das könnte Könnte gar nicht so schlecht sein Wir probieren es mal Mal gucken ob wir die Insel treffen können Ich glaube es zwar nicht Aber Teufel So Eichhörnchen So Stuff Das wäre witzig wenn es klappen würde Ein bisschen noch Okay ich hole die Bremsen raus Ich muss jetzt massiv zu verzögern Das sieht gar nicht schlecht aus Okay mehr Bremsen Komm 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 Es wird Wasser neben der Insel Aber Das heißt ja nicht Dass wir nicht versuchen Vernünftig zu landen Och Nerv Ich hoffe wir bekommen Relay hier draußen noch hin Dann legen wir das Ding ganz vorsichtig im Wasser ab hoffe ich Wir haben nicht besonders viel Puffer wenn ich mal so gucke Was der Suicide Burn sagt was er braucht und was wir noch im Tank haben Werde ich versuchen sehr sehr nah ran zu gehen Aber wir haben die Insel wirklich fast getroffen Also es hat nicht viel gefehlt So und jetzt heißt es Versuchen das Optimum rauszuholen Mit exakt keinem Sprit mehr ne Und das Triebwerk ist abgebrochen oder ist noch Sprit drin Doch einen kleinen Furz Sprit hatten wir noch Triebwerk hat es nicht ganz überlebt aber der Rest ist safe In Sichtreiweite da hinten sieht man sogar den Tower Und dann geht es noch mal